Sollen wir direkt in die Main-Szene wechseln? Weiß ich nicht. Wollen wir schon reingadgetten? Also hast du ice.de schon offen? Ach, so eine Folge wird das heute. Okay, ja klar. Natürlich, natürlich. Also, gehen wir rein, oder was? In 3, 2, 1 rein. Oh, du hast gerade noch was getrunken. Ich habe gerade meine Holunderbrause mit euch gehört, Junge. Aber da bin ich. Hi, was geht? Einiges. Und bei dir? Aber wie machst du das immer? Hi, na? Mal so, mal so. Ich glaube, heute habe ich mich erst mal nur entschuldigt, als ich live gegangen bin. Hä? Warum das? Was ist los? Ja, nicht entschuldigt, aber so von wegen, ah ja, dies, das, man weiß das, ne? Hä? Wie? Ich habe mir extra noch eine zweite Flasche Geroldsteiner geholt, um diese peinliche Überleitung zu schaffen. Wir warten immer noch auf das Placement. Hä? Also, warum hast du dich denn heute entschuldigt, Jim? Ich weiß nicht mehr genau, wie der Stream anfing, aber ich glaube, das ging so in die Richtung los, von wegen, ja, das und das haben wir letztes Mal gemacht und so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Nichts gravierendes. Alles gut, alles gut. Lass uns das überspringen. Wie geht's dir? Äh, supi, toll. Äh, wie geht's dir? Supi, toll, danke. Hahahaha. Schöne Blume hast du am Hintergrund. Finde ich schön. Der Tisch passt da klasse rein, du. Danke. Oh. Ich habe mir, ich habe mir fast sogar Mühe dabei gegeben. Hahahaha. Warum steht der da? Wir haben ja vor ein paar Tagen hier diesen höhenverstellbaren Tisch aufgebaut. Das ist der, in Anführungszeichen, alte Tisch. Ja, ja, ja. Und die Pflanze da drauf, das ist eine Weihrauchpflanze. Die soll quasi Mücken fernhalten. Zwei davon sind gerade bei mir nach oben gewandert. Und einer steht jetzt hier. Nur mal so tischweise. Soll der Tisch da stehen bleiben? Nein, 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 der bleibt nicht im Raum stehen. Der kommt hier an die Seite demnächst. Demnächst. Ja. Okay. Das wird dann der Basteltisch, oder was? Ja, weil der auch höhenverstellbar ist, ist das natürlich super, ne? Kannst du mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, dies, das, Ananas, ne? Klick, knack. Warum hast du, wenn du einen höhenverstellbaren Schreibtisch hast, noch einen neuen höhenverstellbaren Schreibtisch? Achso, der Neue ist jetzt so durch eine Promo, durch eine Werbepromo mit einem Anbieter reingekommen. Ah, ja, ja. Mit Leaddesk. Und auf der einen Seite find ich das cool, weil ich den dann natürlich direkt miteinander vergleichen kann. Und auf der anderen Seite, ne, hab ich dann sogar noch einen zweiten höhenverstellbaren Tisch hier, mit dem ich rumspielen kann. Klar. Was denkst du denn? Okay, cool. Also, mir muss das nicht erzählen. Ich hab auch alles lieber zweimal als keinmal da. Sehen Sie? Ja, ich vermisse auch meinen Seitenschreibtisch, ehrlich gesagt. Der fehlt mir so ein bisschen hier. Ganz ehrlich. Ähm. Fühl ich. So, äh, Jim, pass mal auf jetzt hier. Wir unterhalten uns ja heute über Gadgets, ne? Ja. Wir müssen dann den Begriff Gadget, glaub ich, noch vordefinieren. Was denn? Ich glaube auch. Weil sonst ist ja eigentlich alles ein Gadget. Korrekt. Also, grundsätzlich alles, was man im oder beim Streamen benutzen kann. In oder beim Streamen? Ja, oder was hattest du gedacht? Ne, klingt gut. Klingt gut. Ja, denn, äh, wollen wir, wollen wir, oh man, das wird wieder so, okay. Ich hab mein Chat schon vorgewarnt, dass wir, dass wir ja, dass wir natürlich auch gerne den, 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 den Chat fragen werden können und so weiter, ne? Also, you know what I mean? Weißt du, ich glaube, das ist wieder so eine Folge, ähm, wo wir gedacht haben, wir kriegen zwei Stunden nicht voll. Und dann stellen wir um 20 Uhr fest, oh, das war aber knapp. Das, äh, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, ja. Ich hol mir mal, ich hol mir mal deinen Chat noch mit dazu. Ja. Weil, weil dann, dann seh ich, dann seh ich auch noch was, also, also nicht, dass ich das nicht sowieso fast jedes Mal habe, aber beim letzten Mal hatte ich zum Beispiel deinen Chat nicht auf. Ja, 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 ja. Das ist ja auch nicht so schlimm. Also bei mir ist, glaube ich, generell bei Hardcast wird nicht so, so Unmengen viel geschrieben. Das ist bei mir ganz unterschiedlich. Also, also manchmal gibt's so Themen und so Themen, also so Sachen, da, 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 da will man seine Erfahrungen mitbringen oder, ja, aber so und so geht das auch. Und dann gibt's so, so, so Segmente, da ist eine halbe Stunde lang tot und still. Ich glaube, die Menschen lauschen einfach, äh, sehr gerne diese Unterhaltung, weil sie die... Ja, weil das schwer so ein Podcast ist so, ne? Ja, ja, ja. Glauben wir auch, ja. Und sonst, Woche war gut, alles überstanden, ist warm bei dir gerade? Ne, ehrlich gesagt nicht. Da draußen, da ist es draußen bei euch warm, schönes Wetter. Ja, es ist bombenwarm hier drin nicht. Also ich wünschte mir, meine Klimaanlage wäre wieder hier. Hab ich zwar leider, also sie ist da, sie liegt im Keller, aber noch nicht eingebaut. Ich wünschte, ich hätte sie wieder. 31 Grad gerade draußen. Easy snack. Und ich hab heute meinen Monoblock eingebaut, äh, also eingebaut im Sinne von, äh, hinter mir an der, an der Fensterfront hab ich so eine etwas zu kleine Holzplatte da provisorisch reingefrickelt und, äh, da den Wärme, also den, den Schlauch angebracht, so. Es ist noch nicht perfekt, ich muss auch eine richtige Platte besorgen, aber für den Übergang reicht's erstmal, ne? Und es ist gerade angenehm temperiert hier. Es ist nicht kalt, ich mag das, wenn's nicht ganz so kalt ist, ne? Also ich hab kalte Füße. Hab keine Klimaanlage. Ist gut. Sehr gut, sehr gut. Aber sie war auch immer schön, ja. Also durchwachsen, hab noch mal ein bisschen gebaut da drüben, an diesen, äh, Nimmersatt am Wochenende. Ist das, schaust du gerade in Richtung deines? Ja, mein Rig. Racing Rigs, ja, okay. Was hast du denn gemacht? Ja, ich hab noch mal Bildschirme ausgerichtet, sitztiefer, Lenkrad höher, äh, Monitor umgesetzt, Kamera umgesetzt, äh, Handbremse und, äh, Schaltung noch mal umgesetzt, äh, paar Strippen noch mal neu gezogen, Licht noch mal umgebaut und, ja, so ein, zwei Dinge, Kamerahalterung für die Kamera hinten hab ich noch umgebaut und, also, ein bisschen was hab ich noch gemacht, ja. Das ist auch so ein, so ein niemals endendes Ding, glaub ich. Ich verstehe ja. Also, Generalinspektion mit einmal alles neu zu mitnehmen. Ja, so würde ich das jetzt auch nicht sagen. Halt so ein, zwei Sachen verändert für den, äh, Komfort, möchte ich sagen. Verstehe ich. Verstehe ich, verstehe ich. Ja. Und du? Ich hab mir natürlich stundenlang Gedanken über den Hardcast gemacht. Lügenkobolt. Ich hab dir vorhin eine Nachricht geschrieben. Darf ich, darf ich da eben kurz drauf eingehen? Ja. Ich hab, ich hab Nils vorhin geschrieben, äh, ich glaube in dieser Folge wär's ganz gut, wenn wir den, wenn wir die Zuschauer ein bisschen stärker einbinden, weil die natürlich auch ganz viele Ideen haben zum Thema, ja, aber guck mal, das ist doch auch total praktisch, weil zum Stream, damit kannst du nämlich das und das und das machen, weil, also, ich hab diese Woche mir fast kaum, also, ich hab natürlich mir ein paar Gedanken gemacht, aber ich hab dieses Mal mir keine Notizen gemacht. Soll ich ehrlich mit dir sein, Alex? Ja, bitte. Ich hab mir noch nie Notizen gemacht. Ich weiß, Nils. Oh, 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 oh. Jedes Mal, wenn wir am Ende der Staffel sind und wir haben irgendwie, meistens kommt das ja so echt spontan über uns, dass wir was aufschreiben. Äh, meistens schreib ich mir am Ende der Staffel noch eben das Thema für das nächste auf und dann, das ist so ein Google-Doc und da schreib ich dann meistens über die Woche immer so ein paar Gedanken rein. Jetzt komm. So von wegen, ja. Mach weiter, Entschuldigung. Ja, ne, das war schon alles. Ich schreib mir da ein paar Sachen auf und manchmal, manchmal sitzt ich ja ein bisschen länger dran und manchmal halt nur so fünf Minuten, ne? Ganz klar. Ich, ganz ehrlich, ich vergesse seit neuestem auch immer, was wir thematisch eigentlich abgesprochen haben. Weißt du, weil ich das weiß, dass du das vergisst? Ja, weil ich dich frage. Äh, sag mal, wir hatten ja noch kein Thema, oder? Äh, doch, wir wollten über Gadgets reden. Ach ja, 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 genau, genau. Das Ding ist, ich nehm mir jedes Mal vor, nach der Folge, dem Grafiker zu sagen, hey, kannst du mir das schon anfärdigen, damit wir diesen Tweet einfach mal nicht einen Tag vorher absetzen können. Und dann am Dienstag, scheiße, ey, wir haben schon wieder kein Tweet rausgehauen, was ein Kack, ey. Ah. Ja. Ich leg mir also... Ja. Und jedes Mal, wenn du mir die Nachricht schickst mit dem, hey, guck mal, hier neue Vorlagen für Twitter und so weiter, denk ich mir nur so, ah, fuck, ja genau, hätten wir ja auch mal ein bisschen früher machen können, als ich denk da früher dran. Ja, ich glaub, wir sind uns da... Deswegen funktioniert das hier auch so gut. Das kann sein. Ich glaub, deswegen funktioniert das auch so gut, weil wir da ähnlich sind. Ich hab übrigens... Hast du eine Frage aus meinem Chat an dich persönlich? Ja, ja. Dein Rick hat ne Handbremse? Ja, mein Rick hat ne Handbremse, in der Tat. Also ne richtige Fly-off-Handbremse. Also warte, ich kann, äh, ich weiß nicht, ob man das hört, aber, äh, Moment, hier. Hört man das? Nein. Also wenn ich ziehe... Ich glaub, dein... Ich glaub, dein Noise-Gate ist zu gut eingestellt. Ich glaub, das hört man nicht. Ja, also ich kann richtig, richtig dran racken. Hab ne richtige Fly-off-Handbremse, ja. Aber ist schon... Ey, findest du das nicht auch krass, wie weit fortgeschritten so ein privater, in Anführungszeichen, Autorennsimulator zu Hause ausbaufähig ist mittlerweile? Alex, du wüsstest... Ja? Kennst du noch aus den Anfang der 2000ern diese total bekloppten Leute, die irgendwie so einen Flugsimulator hatten und haben dann so diese 19-Zoll-Monitore, diese CRT-Monitore irgendwie so vier, fünf, sechs Stück nebeneinander aufgestellt? Und du hast schon gedacht so, Alter, was stimmt mit dir nicht? Der braucht seinen kompletten Keller um zu so einer Boeing. Ja. So, ne? Und heute würdest du da wahrscheinlich eher drüber schmunzeln. Also... Nach dem jetzigen Umbau, der jetzt stattgefunden hat, ne? Mhm. Ist es bei mir so, dass ich 50 Zentimeter vor dem Bildschirm sitze, was so 50, 55 entspricht dem Auto, dem realen Kfz. Ich wünsche dir... Ey, Mann, ich muss auch Maßnahmen. Wie viel hast du? Also wenn ich hier so ganz normal vorsitze, unentspannt, ja, dann würde ich sagen, zu meinem Auge haben wir hier, ja, ziemlich genau 50 Zentimeter. Scheiße. 52, 50 Zentimeter. Moment. Das Ding ist, seit dem Umbau habe ich keinen Zollstock mehr in meinem Zimmer. Und ich bin jetzt auch Team Maßband geworden. Ich bin jetzt Team Maßband und nicht mehr Team Zollstock. Weil, äh... Ich habe bloß kein Maßband. Warte, wie viel habe ich denn? Ich muss ja immer... Ich muss ja immer so ungefähr... Ich bin Team Maßband. 95, ja, ich auch Team Maßband. Aber mein Maßband ist leider noch im Koffer. Muss ich noch rausholen. Du sitzt... Du sitzt, wenn du normal von deinem PC sitzt, 95 Zentimeter von deinem Bildschirm entfernt. Äh, Alex, mein Schreibtisch ist 1,10 Meter tief. Alter... Willst du mich verarschen? Da würde ich zwei... Zwei... Also... Na, ich habe ja... Das ist ein 27 Zoll. Ja, das ist auch ein 27 Zoll hier. Zwei Stück. Also drei. Aber... Weißt du was, Nils? Ja. Oh nein! Hast du so ein Ding? Mein... Mein Wasser hat jetzt eine Temperatur von 25 Grad. Du kannst es nicht sehen, weil das Display zu hell ist, aber... Ich brauche das auch. Aber ich... Ich habe mir das vorgestern bestellt. Weil ich... Ich wollte schon seit Ewigkeiten mal so die Oberflächentemperatur von so einer Grafikkarte oder was auch immer messen. So, just for the fun of it. Und, äh... Also, ich... Ich habe heute schon ein paar Sachen gemessen. Was kostet das Ding? 20? Also, ich meine, du kannst so ein Ding auch für 1.000 Euro kaufen und die sind wahrscheinlich auch nicht besonders genau. Ja. Aber für 20 Euro mal zu wissen, dass meine... 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 Maus... Mathe ist gerade 30 Grad warm, weil ich da meine Hand gerade drauf habe. Schick mal... Schick mal Reffling. Du gib einfach IR-Thermometer bei Amazon ein. Du sollst mir ein Reffling geben. Da brauche ich... Ja, ich gebe dir gleich ein Reffling. Mann ey! Damit du was abkriest, wenn ich das kaufe! Bängel, diskutier doch nicht. Kann ich mir gleich Maßband mitstellen? Noch ein zweites. Ich bin absolut Team Maßband. Ey, Jim, ich muss ja... Also, wir fangen ja in meinem Podcast so mit Geschichte an, ne? Also, worauf ich hinaus wollte... Also, ich sitze jetzt 55 Zentimeter vor dem Bildschirm da drüben und es fühlt sich an wie im Auto. Also, ich habe es jetzt geschafft, dass es die Immersion ist wie im Auto. Und es fühlt sich wirklich so an. Das ist richtig krank. Also, ja, wie weit das gekommen ist mittlerweile, ist verrückt. Also, ich meine, wenn du dir überlegst, der Sitz, der da jetzt dran ist, der ist ja FIA-zertifiziert. Das heißt, das fahren im realen Leben auch Leute dieses Auto. Also, so weit bist du halt schon gekommen. Dass du in einem Schalensitz zu Hause sitzt, ja? In einem Schalensitz. Wegen den Fliehkräften, damit du nicht rausrutsch. Schon klar, ja, ja, klar. Ohne Scheiß, du willst gar nicht... Glaub mir, du drückst dich da schon richtig hoch in dem Ding. Mhm. Glaub ich dir. Also, da ist schon... Das ist schon sportlich. Aber ja... Ich habe ein ganz einfaches Lenkrad von Trustmaster. Ja. Mit Pedalen, keine Handbremse, keine Schaltung. Das letzte Mal vor ein paar Jahren mal damit rumgespielt und sowas. Und ich versichere dir, ich weiß, was du mit den Fliehkräften oder mit dem Reindrücken meinst. Weil du selbst auf einem einzelnen Monitorsystem bist du da schon echt drin. Ich finde das cool. Du hast auch, warum auch immer, dein Körper nimmt halt an, wenn du jetzt Gas gibst, dass du wirklich Gas gibst, so, ne? Ja. Pass auf, pass auf. In der VR ist das richtig krass. In der VR, wenn du in der VR zum Beispiel ein Spiel spielst, sowas wie Pavlov. Das ist so ein Counter-Strike-ähnlicher Shooter in der VR. Ja. Und du läufst da rum, da wird dir schon ein bisschen anders. Und dass ich das erste Mal von so einer Kiste runtergesprungen bin, ich dachte, ich muss kotzen. Ja. Ich bin nicht anfällig für diese Art von Motion Sickness. Aber dabei habe ich echt gedacht, jetzt, mein Körper gibt mir alle Signale, dass es Zeit ist, mich obenrum zu entleeren. Wirklich. Das glaube ich. Ganz krass. Das, äh, ja, ich hab das, äh, bin Nordschleife gefahren mit dem Ding. Das war witzig. Wie viel Grad habe ich? Nicht, ja, äh, 30 Grad. Cool, ich bin ein heißer Typ. Heißer Typ. Ja. Mein Chat war vorhin 35 Grad. Warte. Der Chat ist 37 Grad gerade. Wow, wow, wow. Das war total bekloppt. Ähm, aber, also, ja, das war sehr schön. Ich habe noch eine Büchse der Pandora geöffnet. Äh, dazu möchte ich jetzt aber nichts sagen, sonst holt das aus und ich möchte dich vorher fragen und danach ich. Ich habe nämlich schon... Ich weiß, ich weiß ja worum es geht bei dir. Oh nein, ich habe diese, ich habe die Büchse geöffnet, Alter. 3D-Drucker? Ja, ich habe die Büchse geöffnet. Ja, ich habe das bei Twitter, glaube ich, gesehen, ne? Hast du gehört, hast du da, ne? Ja. Ja. Ja, irgendwie sowas. Und weißt du, wer den langweiligsten und gleichzeitig aufregendsten Tweet als Antwort geschickt hat? Totally Acro, Chris. Der hat so zwei sofort... Du hast, glaube ich, gefragt nach, zeig mir eure funkigsten Anbauten oder sowas, irgendwie sowas, ne? Ja. Und Chris hat einfach nur zwei hochwertige Drucker, bei denen er wahrscheinlich selber nichts mehr groß nicht gefixt hat. Aber ich weiß es nicht, ne? Ja. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Ja, okay. Erzähl. Hol aus. Sock 3 Gifted Artier 1 Subtus Morgsel. They have given 578 Giftsubs in the Channel. Ich habe meinen Kumpel gefragt, weil mich das schon immer interessiert hat, weil wir ja jetzt über Gadgets geredet haben, hat mich das so... Ich habe halt mal geguckt, weil man ja auch so ganz viele Dinge basteln kann. Und ich sage mal so, ich brauche halt oft, und das stelle ich sehr häufig fest, Dinge, die es nicht von der Stange gibt. Nenn mir ein Beispiel. Also, ich habe zum Beispiel, ich brauche eine Verlängerung für meine Kamera, die aber eine ganz bestimmte Länge braucht. Also um die noch ein bisschen anzuheben. Die da drüben, die hinten dran hängen, um die noch ein Stück hoch zu heben. Und ich habe oben über meinem Monitor, das kann man jetzt nicht sehen, aber oben über meinem Monitor drüber hängt nochmal so eine Lampe drüber, um Licht ins Gesicht zu machen am Racing Rig. Und dafür brauche ich auch eine Verlängerung. Und das hat mich ärgert, dass immer ungemein, dass man sowas halt kaufen kann, ja, aber nicht in der Länge, die man das braucht. So. Und dann habe ich meinen Kumpel gefragt, weil der hat mir meine Schienen hier 3D gedruckt für meinen Racing Rig, um Kabel zu ziehen. Und das fand ich immer geil. Und es war aber immer so viel Aufwand. Und deswegen habe ich das nie gemacht, sondern immer nur meinen Kumpel gefragt. Und jetzt habe ich die letzten Tage, habe ich mich in meiner Freizeit so viel auch mit Racing auseinandergesetzt, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich brauche einfach ein Hobby, was da nicht noch wieder interveniert, damit mir Racing nicht wieder langweilig wird, weil ich mich dann übernehme. Und dann habe ich meinen Kumpel angerufen und ich so, Error, sag mal, was ist denn eigentlich ein Juta 3D Drucker? Weil der macht das schon seit einer Weile und dann sagt er so, ja, guck mal hier nach Prusa. Echt dann geguckt, Eck auf den Preis gekickert. Ich sage, hm, geht, ist okay, finde ich. Zwei Scheine? Nö. Also fertig zusammengebaut, tausend. Was ich okay finde. Muss ich dazu sagen. Und dann fängt man an, daran rumzuschrauben und hier noch was und da noch was und hier noch was und hier noch was. Nö. Nö. Weil ich kenne jetzt nur die Kategorie Leute, die sich einen 3D Drucker holen und dann so, ja und hier werden wir das noch ersetzen und da kommt ein anderes Bett drauf und dieses hier und hier muss dann die Filamentrolle, muss noch das und das dran, da gibt es auch was, habe ich gesehen bei Things Worse und so. Und die sind dann erstmal Wochen und Monate beschäftigt, den 3D Drucker zu pimpen, damit der halt auf ein höheres Level kommt. Finde ich cool, aber wäre nicht meins. Also ja, genau das gibt es da auch, nur habe ich von Anfang an, weil ich davon noch gar keine Ahnung habe, habe ich mich gar nicht auf dieses Game eingelassen. Also, natürlich so ein, zwei kleine Mods kannst du auch machen, dass da eine Kamera dran hängt oder ein Raspberry Pi, den du dann sahst, irgend drucken und pipapo, das kannst du alles machen, aber also mehr oder weniger, soweit ich das gesehen habe, ist das erstmal okay, schön anfangen und der ist schon relativ gut, was das angeht. Da muss man nicht, noch nicht am Anfang so viel moden. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann die Büchse geöffnet und habe mir dann, ich habe dann so ein Video geguckt von, ich glaube Spiel und Ecke heißt der Gute und der hat 33 Dinge gezeigt, die er gedruckt hat. um zu relativieren, nicht zu relativieren, sondern um zu zeigen, wie gut eigentlich ein 3D Drucker ist. Und da ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen. Also, von irgendwelchen Adaptern bis hin zu irgendwelchen Wäschehaken bis hin zu ich fixe dies Teil bis hin zu Kabelführung. Äh, und dann hat es bei mir schon reingerammelt, weil ich habe so viel Bullshit, den ich immer extra kaufe, von irgendeinem Dude oder irgendeinem Menschen, der das irgendwann mal mit irgendwas gedruckt hat oder gebaut hat, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ach scheiße, komm jetzt, geh mal rein. Und dann, Alex, und dann hat der Spiel und Ecke, heißt der, hat der einen Namen gedroppt und ich das Video angeklickt. Das ist ein Norweger, der hat eine Werkstatt und der hat in irgendeiner Hinsicht einen Konstruktionshintergrund und Maga, der ist einfach richtig crazy. Da war er dann komplett vorbei. Der hat sich zum Beispiel so einen Kameraarm gebaut, aus, äh, nicht Alu-Profilen, aber aus, äh, ähm, hier Eck-Alu und hat dazu alles Mögliche dazu 3D gedruckt. Das Ding kostet normalerweise 10.000 Scheine. Der hat das mit Material für unter 1.000 hat er das gebaut. Und der hat sich so einen Riesen-Kameraarm mit 3 Meter Höhe und zum Schieben dies, das, hat er gemacht. Und dann hat er mir mal gezeigt, wie der seine Werkstatt organisiert hat. Und Bruder, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Der hat also, äh, das kann man kaufen bei denen, die Vorlage dazu. Der hat, äh, so'n, so'n Grid, also so'n, so'n, äh, wie so'n Schachbrett hat er entwickelt, wo man kleine Boxen reinpacken kann. Und wenn du Schubladen öffnest, bewegt sich da drinnen nix und du kannst sie beschriften und alles Mögliche in 10.000 Variationen für Bohrer und all den Scheiß. Und ich als alter Aufräumen-Nerd habe gesagt, scheiße, jetzt kaufe ich mir einen 3D-Drucker nur, um mir diese Dinger zu drucken. Nur, um alles auszuräumen. Zum Anfang. Zum Anfang. Ich habe auch schon jetzt mich mit 3D, äh, äh, mit 3D-Modellierung auseinandergesetzt und habe mir schon, äh, einen Getränkehalter plus einen Handyhalter an einem, äh, druckbar, äh, moduliert, dass ich mir das dann für meinen Rick fertig machen kann. Da kann ich dann meine G-Rollsteiner, äh, Flasche reinstellen und mein Handy an der Seite mit dazuhängen. Cool. Und dann habe ich mir noch für meinen, äh, für meine, äh, äh, für meine, äh, äh, für meine Apple-Geräte habe ich mir, bin ich jetzt gerade dabei, weiß noch nicht genau, wie das so genau funktioniert, aber, äh, eine ganze Base gebaut oder moduliert zum Drucken, dass ich alle meine Geräte gleichzeitig drucken kann, ohne dass ich mir das extra, äh, also laden kann. Laden. Mhm. Laden kann und die dann alle da hinlegen kann. Ähm, du kennst ja bestimmt auch diese MagSafe-Teile, ne? Also dieses induktive Laden von Apple. Ja. Unterstützen das alle deine Handys? Äh, induktives Laden? Mhm. Ja. Weil theoretisch könntest du ja deine, deine Vorlage, deinen Handyhalter so bauen, dass da eine MagSafe, äh, Ladeeinheit drunter ist und sobald du das da reinlegst, wird's automatisch geladen. Handy immer voll, easy peasy. Die Vorlage anzupassen mit, das auszusparen und eine Kabelführung reinzubauen, ist ja kein Problem. Wo meinst du, bei dem Getränkehalter? Bei dem Getränkehalter? Habe ich schon. Bei dem Halter für, für der, alles klar, okay. Habe ich. Finde ich gut. Finde ich super. Ja, also, was soll das da nur drinnen hängen? Das soll ja auch Lade sein. Entschuldigung, entschuldigung. Also, Alex, ich weiß einfach, hallo. Wenn ich, wenn ich, wenn du gerade sagst, Kameraarme und größere Teile und dies, das oder sowas wie eine Kabelführung oder sowas, das sind ja dann meistens relativ lange Teile, ne? Und ein 3D-Drucker in der größeren, über den wir sprechen, entweder die kleinere Version oder die größeren, die haben ja nur so ein bestimmtes Bett, in dem gedruckt werden kann. Jetzt, ähm, ich habe mich mit 3D-Druck natürlich minimal beschäftigt, aber noch nie so in die Tiefe. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine 2 Meter lange Leiste bauen will, durch die ich eine Kabelführung führe oder sowas, dann muss ich aber trotzdem den in Etappen drucken, Entschuldigung, in Etappen drucken und muss den dann nachher mit einer Kupplung irgendwie zusammensetzen, right? Genau. Hm? Okay. Oder mit Sekundenkleber oder Schrauben oder... Das kommt auf den Anwendungszweck an, alles klar, ja. Alex, du bist ja auch so ein DIY-Dude eigentlich. Also, so schätze ich dich ja ein und du bastelst auch viel. Ich schicke dir jetzt... Ich habe heute meine Stichsäge benutzt. Äh, ich schicke dir jetzt den Link von dem Dude und den schicke ich euch allen. Ey, ohne Scheiß, du wirst dich wundern, was man alles machen kann. Also, hier erstmal für euch und da für dich. Guck dir das mal an. Du wirst, also, du wirst einfach feststellen, seitdem möchte ich auch eine Werkstatt haben. Und seitdem bin ich übrigens auch Team Maßband. Weil der mir erklärt hat, warum das Maßband eigentlich geiler ist als ein Zollstock. Es gibt für beides die bessere Anwendung. Ich komme aus der Werbetechnik und ich kann dir sagen, wir benutzen in der Werbetechnik beides, Maßband und Zollstock. Und für manche Sachen ist der Zollstock einfach den Maßband um Längen überlegen. Haha, Länge, weißt du? Und in vielen Situationen ist das Maßband einfach praktischer. Weil es das ja auch in größeren Einheiten gibt, 5 Meter Maßband etc. Also, Maßband ist einfach geiler. So, Zollstock ist kompliziert. Ja, aber mit einem Zollstock kannst du einfach auf den Boden legen oder kannst es mal eben anhalten. Maßband macht halt nach ein paar Metern halt diesen hier. Kannst du ja ranhängen. Ja, ja. Aber ja, da hast du recht. Absolut, gebe ich dir recht. Es stimmt. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also, ganz ehrlich, Alexandre Chapelle oder ich spreche ihn natürlich falsch aus. Den Channel, es wurde mir schon mal ein Video von ihm vorgeschlagen. Aber ich habe es nicht geschaut. Ich habe seinen Kanal jetzt abonniert. Ich werde berichten nächste Woche. Ja, du wirst ihn sowieso, wenn du ihn heute Abend anfängst, bist du komplett weg. Ist so. Ey, wenn du ohne Scheiß, also wenn du das siehst, willst du einen 3D-Druck haben. Ich habe, du wirst es nicht glauben, das ist kein Fake jetzt hier. Ich habe vor einer Woche erst mit jemandem über das Thema gesprochen. Ich war abends wieder auf Twitch unterwegs, habe bei ein paar Leuten reingeschaut, und ich habe zu jemandem gesagt, wie cool wäre das eigentlich, wenn man so eine kleine Werkstatt hat, indem man so ab und zu ein paar kleine Sachen baut. Natürlich ist das voll langweilig, wenn ich sage, hey, ich gehe jetzt mal rüber in die Werkstatt und ich säge da mal eben kurz was aus oder so. Das will keine Sau sehen. Aber bei mir gucken anscheinend auch eine Menge Leute zu, wenn ich so stumpfe Sachen mache wie, wie gesagt, ich habe den Monoblock heute aufgebaut und da wurde nichts weitergemacht als, ich habe eine Holzplatte oben abgesägt, voll geguckt, wie passt das so, nicht mal gemessen. Wasserwaage drauf, Strich gezogen, Stichsäge drüber gezogen, weggesaugt. Das ist anscheinend auch ein Content-Ding. So, ne? Also, wie geil wäre das, wenn man so eine ordentliche Werkstatt hätte? Der Witz an der ganzen Sache ist, ich habe eine komplette leerstehende Garage, die drei Meter breit ist und fünf Meter lang ist. It's going to happen. Ich bin, glaube ich, in dem Alter, wo ich eine Werkstatt haben möchte. The greed is really going inside of me. Inside of me, the greed is very strongly. No greed, no greed. Es ist einfach, für mich faktisch gesehen, ich hasse es in meiner Wohnung, und ich habe das jetzt in meiner Küche aufbauen und so habe ich das alles mit, ich hasse das in meiner Wohnung zu saugen. Also, nicht zu saugen, sondern dieser ganze Dreck, der da immer drin ist, und du kannst dich da halt nicht austoben. Und ich habe jetzt für mich entschlossen, für mich entschlossen, ich werde mich jetzt immer nebenbei so ein bisschen umgucken, nach Werkstattauflösung, und dann werde ich mir günstig ordentliches Werkzeug snacken. Das ist eine gute Idee, ja. Und dann möchte ich für mich selber eine vernünftige Werkstatt haben. Bei mir muss das gar nicht so große Ausmaße haben, aber ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem viel selbst gebaut wurde und gemacht wurde. Wenn das kaputt gegangen ist, dann ist jemand in den Keller gegangen und hat da rumgeschraubt, bis es heile war. Das fing mit Schweißen an oder hörte mit Schweißen auf und fing mit so Kleinkram an. Bei uns kamen dann regelmäßig irgendwelche Bauern oder so einen Schäfer zu Besuch, der dann so dieses Stromgerät, was dann an den Draht angeklemmt wird, dass die Viecher, wenn die da an den Draht gehen, dass sie einen gewischt kriegen. Und die hat mein Onkel repariert, weil der einfach fähig war. Dann gab es halt einen Kasten Bier als Bezahlung und weißt du, oder einfach nichts. War cool. Und unsere Werkstatt war halt immer ein absoluter Sauhaufen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so, keine Ahnung, als das Haus gebaut wurde in den 70ern oder sowas, aus den letzten Holzresten, die sie hatten, haben sie da so eine Werkbank reingebaut. Dann hing da so ein fetter Ambus drauf. Nee, auch so ein Schraubstock halt irgendwie. Und der hing schon auf so halb acht, weil der wurde halt fast nie gebraucht oder zumindest zu meiner Zeit nicht mehr. Und ich bin halt damit aufgewachsen, dass du, du konntest halt fucking nochmal alles in deinem Scheißkeller machen. Und das hat halt keine Sau interessiert. Und erst als ich dann ausgezogen bin, wurde einem erstmal so klar, Moment mal, wo mache ich denn jetzt den Scheiß? So, wenn du mal irgendwie Metallbearbeitung machen willst oder sowas. Oder du bist ausgezogen und du hattest nicht mal einen Garten oder nicht mal irgendwie einen Platz, wo du mal eben draußen mit ein bisschen Farbe sowas irgendwie überlackieren konntest. So, ne? Das kannst du ja nicht mal eben drinnen machen, wenn du ja noch so einen Parkettboden hast oder sowas. No go, ne? So, also ich vermisse das an manchen Stellen schon. Aber ich hätte jetzt hier keine Möglichkeit, sag ich mal so. Ja. Außer man... Ja, okay. Deswegen habe ich mir das jetzt vorgenommen, weil ich das... Ich möchte... Also ich habe mir halt... Also ich selber habe mir halt vorgenommen, nicht mehr... Also ich bin für Upcycling anstatt wegschmeißen und neu kaufen. Und da ich... Ich habe wirklich so viel Scheiß, den man noch benutzen kann. Aber mich hindert das halt einfach immer auf einem guten Fliesenboden oder auf einem Parkett anzufangen rumzusägen und mit Stichsäge und dem ganzen Shit. Vor allem, ich hasse Stichsägen. Stichsägen ist die dümmste Scheiße, die man entwickelt hat. Das ist... Damit kannst du nicht mal gerade sägen. Außer du hast irgendwie eine Schiene oder eine Führung dafür. Das regt mich richtig auf. Ich werde nicht noch ordentlich Säge haben. Ey, ohne Scheiß. Einen Schrank aus vier... Aus vier Stücken Holz zu bauen, so dass das für deine Bedürfnisse passt, ist nicht schwer. Aber fucking Stichsägen, damit kannst du nicht gerade sägen. Also, ich hatte heute ein daubendickes Stück Holz. Das ist, keine Ahnung, irgendwann mal hier übrig geblieben. Ich weiß nicht mal, was das genau für ein Ding war. Wahrscheinlich von irgendeinem Ikea-Schrank oder sowas, ja. Das ist ja Pressholz, ne? Das ist ja nur zusammengeleimte Quatsch oder sowas. Aber das hat schon ein gewisses Gewicht gehabt. Das habe ich auf diesen Tisch gelegt. Da habe ich dann... Das habe ich vorher angezeichnet mit so einem Edding. Einen schwarzen fetten Strich, den du immer siehst. Wasserwaage draufgelegt zum Anlegen von der Stichsäge. Und die habe ich einfach nur nach vorne dran lang geführt. Das ist total gerade geworden. Das ist nicht perfekt geworden. Also, wenn wir das gefakt gemacht hätten, dann haben wir das natürlich mit zwei Spangen festgemacht, sag ich jetzt mal, ne? Aber easy. Kein Problem. Also, wenn du mal Hilfe brauchst, ich kann ja auch Kreise ausschneiden, ne? Das ist kein Thema. Projektwerkstatt läuft jetzt. Cool. Das heißt, wenn ich... Aber es wäre cool, wenn die Werkstatt fertig wäre, wenn ich dich da mal besuchen komme, ne? So für drei Tage. Ja, na klar. Ja, dann kann ich direkt in der Werkstatt Vollgas geben, so, ne? Ist auch eigentlich die Idee, dass man da drinnen auch ein bisschen so... Kameras... So ein bisschen... Man könnte das ja... Ich habe mir vielleicht schon spontan einen Namen dafür ein. Also, Kliemannsland gibt es ja schon, ne? Ja. Wie nennen wir das denn? Das kleine Kliemannsland. Ja, keine Ahnung. Das ist keine... Dizzy's Werkstatt? I don't know. Irgendwie sowas. Ja. Ja. Ja, das ist die Büchse der Pandora ist offen. Mhm. Ich verstehe. Ja. Endlich... Endlich ist es vorbei. Ich freue mich so sehr auf den 3D-Drucker. Also, es wird auf jeden Fall passieren. Hundertprozentig. Ich finde 3D-Druck super spannend, aber auch natürlich sehr aufwendig. Und bis du dann erstmal alles eingestellt hast, alles läuft so, ne? Ja, da geht so ein Tag und ein bisschen Wartung musst du auch machen, aber ich glaube, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Aus deinem Chat. Disney-Land. Disney-Land klingt eigentlich gut. Disney-Land. Ein bisschen Dizzy-mäßig geschrieben finde ich super. Finde ich wirklich gut, ja. Dizzy-Land. Das fühle ich. Mhm. Erstes Projekt am 3D-Drucker. Du druckst dir Profilbuchstaben. Ja, und die malst irgendwie an oder hinter beleuchtest sie und stellst sie und machst sie schön als Überschrift über deinen, also im Hintergrund, dass man die sieht. Kannst du auch, ne? Also, wir haben früher Profilbuchstaben in der Werbetechnik natürlich auch häufig quasi genutzt. Die wurden dann meistens, boah, ich sag mal, meistens waren das dann CNC-gefräste Buchstaben. Ja. Häufig. Und wenn es ganz große waren, dann wurden die natürlich aus Acryl oder sowas modelliert oder so. Das ging auch schön. Schön. Manche auch tiefgezogen. Ja. Kann man alles machen. Werkzeughaben ist einfach geilste, was es gibt, so. Ist wirklich so. Werkzeughaben ist besser als Werkzeug brauchen. Echt so. Als ich hier eingezogen bin, habe ich einen Renovierungsstream gemacht und dann habe ich hier den Raum nochmal so weiß gestrichen. Das war einer der wenigen Räume, die ich wirklich komplett gestrichen habe. Und dann habe ich gestreamt mit dem Handy oder keine Ahnung wie. Und ich weiß noch, dass ich, ähm, dass ich, ich hatte nicht mal so eine Teleskopstange, um mit der Rolle hier oben alles zu streichen. Dann bin ich hier so auf Zehenspitzen rumgelaufen und habe das hier oben mit so einem langen Arm gestrichen. Weil es halt ging. Meinst du? Du glaubst wohl, dass der Chat natürlich, äh, äh, da, äh, ordentlich geraget hat, vor allem, ich sollte doch mal eben Nachbarn fragen oder so? Verstehe ich. Ja. Absolut verstehe ich das. Hätte ich auch gemacht, wenn ich sowas sehe. Also wenn ich, äh, Menschen immer mit so halbgaren Werkzeug sehe, dann würden wir mal anders. Alex. Verstehe ich. Da sind wir wieder bei Gadgets. Da sind wir wieder bei Gadgets. Da schließt sich der Kreis. Ja. Ja, Chat, was wären denn für euch lustige Gadgets, die ihr am PC zum benutzen, streamen und so weiter benutzen würdet? Ich schmeiß mal eins rein, was mir einfach so auffällt, so von wegen so. Das ist für dich ein Gadget? Ja. Wenn ich im Stream Pakete aufmache, habe ich immer ein kleines Messer hier liegen. Feuerzeug habe ich nicht. Aber Messer ist fast Pflicht. Ja, ich gebe dir recht, ich habe hier so, aber ist das schon ein Gadget? Das ist ein Gadget. Das ist ein Gadget. Darüber habe ich wirklich lange nachgedacht, aber es ist das Messer, was immer auf dem Tisch liegt. Immer. Das ist genauso wie, das ist genauso wie das hier. Zollstock. Immer. Das ist auch ein Gadget. Muss immer da sein. Ja, ein Gadget ist schon ein Werkzeug. Und ich meine, der Klassiker wäre jetzt zu sagen, ein Stream Deck. Ja, natürlich. Aber nee. Das wäre ja langweilig, wenn wir damit jetzt anfangen. Ich glaube, langweilig ist das falsche Wort dazu. Aber ja, da würde man sich schon sehr einfach machen, ne? Böser. Genau, sagen wir es mal so. Man würde es sich sehr einfach machen, das stimmt. Mhm. Was ich halt super wichtig finde, was mir persönlich ein tolles Gadget ist, ist eine Fußunterlage für deinen Sitz, um das Parkett zu schonen. Habe ich auch, also nachdem du mir das vorgeschlagen hast und ich mein ganzes Büro durchgegangen bin und überlegt habe, ist mir wirklich in den Sinn gekommen, dass das zum Parkett schützen, diese Fußbodenunterlage, eigentlich ein sehr geiles Gadget ist, um den Boden nicht kaputt zu machen, weil man ja im Stream die ganze Zeit immer den hier macht und das Parkett leidet ja extrem darunter irgendwann. Mhm. Ich habe mir, ich habe mir so einen Bodenschutz, also ein Bodenschutz ist ja ein alter Hut, aber ja, das ist ein Gadget, finde ich auch. Äh, ich habe mir erst extra einen bestellt, weil ich dieses, weil das Ding von Ikea, das hat war halt, das hat halt nicht die richtigen Maße und ich habe welche im Internet gefunden, die waren genau die richtigen Maße. Ja. Und, äh, Fun Fact, äh, das war dann halt, ist dann auch sehr im Prinzip, sind jetzt so solche dünnen Plastikmatten, sag ich jetzt mal, ne, ähm, trotzdem hatte ich da gewissen Abrieb auf dem Boden. Also drüben an der Stelle, wo der Tisch vorher stand, sieht man ganz deutlich auf dem Boden jetzt, ähm, eine Stelle, die stärker abgenutzt ist als außen rundherum. Und das war vorher nicht so. Das ist, glaube ich, einfach nur die Farbe, kann das sein? Dass das sich dann... Ja, und nach so und so vielen Jahren sollte man auch das Parkett mal wieder abschleifen und neu versiegeln und ölen und so weiter, ne, klar, ähm, ich hab mir jetzt extra so einen Teppich, äh, hier, so einen Läufer bestellt, der hier unter meinem, unter meinem Tisch liegt. Dann ist immer ein bisschen Flausch in den Füßen, das find ich auch ganz angenehm, den kann man mal dann nach draußen bringen und ausklopfen und absaugen, so, ne, find ich ganz cool und der, der macht nicht, der, der, der rutscht nicht mehr so stark. Einziger Nachteil, der ist natürlich Hochfloor, ne, wenn ich jetzt den, den Stuhl davon runterschiebe, kann ich, muss ich den natürlich wieder draufheben. So halt, ne. Aber ja. Das kann ich leider nicht machen. Mit zwei Katzen. Das ist der Tod. Das hab ich, äh, in, äh, Berlin hab ich das schon mal versucht. Mhm. Die Computer sahen dann dementsprechend aus. Mhm. Also war nicht so ne gute Idee. Es gibt auch, äh, Anbieter, die, ähm, solche Bürostuhl, Gamingstuhl, äh, Teppiche liefern sogar mit, äh, ich hab das mal von einem Anbieter gesehen, mit, mit Werbung von, von den entsprechenden Streamern drauf, so in den, in den Motiven so mit dabei. Ja, die fand ich sah, die waren, die waren, die waren, die waren so eckig ausgeschnitten, so, so mehreckig, so, ne. Ja. Weiß ich nicht. Ich find die schon sinnvoll, ne, also für besser als nichts runter zu haben, aber ich fand, die sahen immer irgendwie kacke aus. Das fand ich mein Ding. Da soll ja Produkte nicht schlecht reden, aber das wär nicht meins gewesen. Hä, wenn man was scheiße findet, dann sagen wir, dass die scheiße sind, fertig ist. Ich find die sahen scheiße aus, ja. Naja, also wo sind wir denn hier? Also, also ich bitte dich, nur um potenziell in der Zukunft deine Placements nicht kaputt zu machen, wenn dein Produkt kacke ist. Nein, 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 nein. Das wär, das wär, das wär so ein Ding, das hätte man, hätte man sich bewerben können, also hätte man sagen können, hey, cooles Ding, würd ich auch gerne bewerben. Und ich geh mal davon aus, dass, äh, dass so ein Anbieter natürlich in einer gewissen Größenordnung, also mindestens das Produkt sponsert und im Maximum sogar fürs Zeigen halt, äh, Summe X oder was auch immer bietet, ne. Ja. Ähm, aber das wär jetzt ein Produkt, da hätt ich von der Optik her gesagt, da steh ich nicht drauf, möcht ich nicht haben. Hast du jetzt grad noch ein Gadget an der Hand, sonst hätt ich noch eins ausgepackt? Ich bin kein Brillenträger, aber auch ich trage ab und zu eine, äh, Bildschirmbrille, jetzt im Rahmen meines Placements und, äh, zum Ausprobieren, ob dieser Blaulichtfilter, äh, mir einen gewissen Vorteil bei langer Büroarbeit oder langer Displayzeit, äh, bringt. Ist das jetzt ein Gadget? Ja. Du hast ein Placement für eine Brille? Ja, die Anfrage kam rein, ich hab gedacht so, ach, ich weiß nicht, ob ich das Placement so, da, es gibt ja so Placements, da weiß man vorher schon oder denkt man vorher schon, so, ja, das polarisiert wahrscheinlich so, ne, von wegen, wie kannst du uns nur und so, gerade weil ich kein Brillenträger bin. Da hab ich mal im Chat vorher darüber gesprochen und hab gesagt, ich hab hier was, aber ich bin nicht sicher, ob, 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 wie, wie das bei euch ankommt. Und erstaunlicherweise war der Chat dann eher so, ich sag mal 80, 90 Prozent so, ja, nö, cool, kein Problem, ne, bla bla bla, als, als so dagegen. So, und dann hab ich das, äh, mich dafür beworben. Hab gesagt, hätte Bock. Das Placement hab ich auch gekriegt, hab ich abgelehnt, mit der Begründung, hab schon ne Brille mit Blaufilter. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Macht dann ja auch, macht dann ja auch wenig Sinn. Und wie findest du das? Oder? Ähm, also ich hab früher als Kind schon mal ne Brille getragen. Ich bin auf einem Auge 0,5 Dioptrien, ähm, weitsichtig, übersichtig. Ähm, also das ist mir nicht fremd. Ähm, ich bin, trage natürlich mein Leben lang Sonnenbrillen, klar. Äh, ich hab das jetzt ein paar Mal im Stream auf gehabt und einmal außerhalb vom Stream bisher. Also ich muss da jetzt gar nicht so tun, als ob ich das jetzt nur noch tragen würde. Ich bilde mir gerade bei dieser kurzen Zeit der Tragedauer ein, dass ich, äh, dass ich bei, bei, wenn ich so super lange Streams hab, jetzt speziell am Wochenende, wo die ganzen Trailer gezeigt wurden und ich hatte so Streams gegen teilweise 14 Stunden. Ähm, ich bilde mir ein, dass dann so gegen Ende, dass es immer noch, ähm, deutlich angenehmer ist, auf dem Bildschirm zu gucken, als wenn man, wenn man keinen Blaulichtfilter hat. Aber das kann natürlich ganz viele Faktoren haben und da würde ich jetzt nicht sagen, das liegt einzig und allein an diesem Blaulichtfilter. Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, natürlich bringt ein Blaulichtfilter von einem Display, dass den, wo du den Blaulichtfilter einschalten kannst, also dass er das Blaulicht gar nicht erst imitiert, ist natürlich deutlich besser als, äh, nur in Anführungszeichen, ähm, eine Filter vor deinem Auge zu tragen, also eine Brille zu tragen, ähm, so bei aller Liebe. Aber ganz ehrlich, das, das ist so, also das wäre jetzt auch so mein Modell, ne? Also das hab ich mal ausgesucht. Hast du schon mal so ganz langsam so gemacht? Die, also guck mal auf den Bildschirm und dann schau mal auf die Übergänge. Hast dir das schon mal aufgefallen? Also das ist ja nicht eingeschliffenes Glas, ne? Also das ist jetzt quasi Fensterglas, das einfach nur die Beschichtung hat, den Blaulichtfilter hat, ne? Ja. Was, was, was meinst du damit? Was, was soll man da sehen? Du hast, dein Bild ist gelblicher mit einem Blaustee, äh, äh, blauf, also mit Blaufilter drin. Ein bisschen schon, aber, aber verhältnismäßig wenig. Also wenn du zum Beispiel bei einem Monitor den Blaulichtfilter, äh, volles Fund reinmachst, dann sieht der, sieht so ein Grau total matschig-braun aus, ne? Genau. Und, ähm, das ist bei der Brille deutlich weniger, so, so, invasiv in Anführungszeichen. Also eine weiße Fläche sieht immer noch weiß aus und nicht so matschig. Ja, ganz klar. Also ich schwöre auf das Zeug. Finde ich gut. Also vielleicht bringt's dir was, ich weiß ja nicht, wie oft du Kopfschmerzen hast oder so, aber für Kopfschmerzen ist das einfach 10 von 10, wenn ihr am Rechner Kopfschmerzen kriegt. ZB. Oder halt F, F Lux, äh, ne, F. Lux oder Windows, überall diese Blaufilter-Dinger. Es gibt, also wie gesagt, die, so ein Betriebssystem hat das sowieso, die meisten Geräte haben das, Handys haben das und so weiter und das bringt am meisten. Viele benutzen ja auch gerne abends dann den, die Nacht, ähm, Modus von einem Handy beispielsweise. Und, äh, aber es gibt diverse Situationen, wo das halt eben keinen Sinn macht. Oder wo man halt einen Farbkalibrierten Monitor benutzt und dann willst, fummelst du da nicht dran rum, ne? Sowas in der Richtung. Ich hätt sogar noch ein Gadget, aber hau raus. Nee, komm, hau rein. Wenn du gerade on fire bist. Es steht gerade in meinem Chat, ähm, eins der sinnvollsten Sachen, die ich jedem ans Herz legen kann, der ein, äh, der einen Kopfhörer zuhause hat, äh, und am PC nutzt, und das werden wahrscheinlich fast alle PC-Spieler sein, ist ein verdammter, ich werd weniger fluchen, Entschuldigung, äh, ein, ein, ein Kopfhörerhalter für den PC. Das ist das, das ist das sinnvollste Ding, was ich mir jemals gekauft habe, wirklich. Kostet ein Zehner, kostet 15 Euro, so, da fangen die an. Ja, du kannst ja auch den perfekten Kopfhörerhalter selber drucken, weiß ich auch, ne? Hä? Ja, kannst du machen, klar, aber wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, keine Frage, aber so ein, so ein, so ein, so ein, so ein simpler Kopfhörerhalter, ne? Wie oft mir vorher diese dummen Kopfhörer immer runtergefallen sind, immer. Oder, oder die waren im Weg, oder die, ich musste sie, weißt du, ich krieg auch zu viel, wenn bei solchen Events die Kopfhörer dann so über den Monitor gehangen werden, also sprich eine Ohrmuschel vor dem Monitor, eine so dahinter, ne? Weil man keinen Platz hat und weil's nirgends woanders hingeht. Boah, das, ich hasse das, ich mag das nicht. Wir haben denselben übrigens, ich hab den auch. Ah, cool. Ja, und also meiner ist schon richtig abgenutzt, also hast du ja schon was mitgemacht hat? Ich hab den bestimmt, ich hab letztens, ist mir ja was doos passiert, da bin ich, bin ich dran hängen geblieben und da hat mich dann mit meinem vollen Gewicht drauf gesetzt und hat er sich nach unten verbogen, weil der hängt ja quasi auch nur so an diesem Stück Metall hier, ne? Ja. Aber, hält noch. Ja, aber wenn wir von Haltern sprechen, ich hab Zeva-Rolle am Schreibtisch dran hier. Wirst du oft gefragt, wofür die ist? Ja, natürlich, und ich sag immer zum Wichsen. Weil das die Leute ja hören wollen. Ich sage dazu immer, das hier ist keine Fabstation, es gibt viel angenehme Orte in meiner Wohnung. Ja, also ich erläutere dieses Thema immer noch ein bisschen ausführlicher, weil ich denke auch, dass in dieser Hinsicht etwas mehr Aufklärung benötigt wird. Und es ist ja auch eine Frage von Hygiene, sich den Penis nach dem Onanieren mit dem Stück Papier sauber zu machen, ist halt völlig unhygienisch. Deswegen müssen wir mehr mit Menschen reden, dass die ihren Piephahn endlich ordentlich waschen danach. In der Dusche oder sonst wo. Und so erkläre ich denen das, dass das nicht zum Feppen ist, sondern wir erwachsene Menschen mal Nase schnauben oder wenn man kleckert oder weiß der Geier was. Ich verstehe, ja. Außerdem, also wenn man so eine VR-Brille hat, muss man ja auch diese VR-Pornos sich mal aus wissenschaftlichen Gründen mal näher... Habe ich nie gemacht, by the way. Habe ich nie gemacht. Wir könnten da jetzt lang und tief drüber reden. Auch sehr intensiv, ja. Also, kein Problem. Ich stehe da für Rat und... Könnte eine Sonderfolge sein, ne? Echt? Ich habe das noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Mich reizt das aber auch ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist halt... Der eine steht auf das, der andere steht auf das, ne? Ich sag mal, es wird schnell langweilig, weil... Ja. Ah ja, okay. Ja, ja. VR-Porn-Special-Folge. Confirmed! Notizbuch. Finde ich auch, ist ein wichtiges Gadget, ein Notizbuch zu haben. Ist mir letztens schon aufgefallen, dass du da immer... Du hast ein paar Mal was während der Folge reingeschrieben, oder nach der Folge, oder am Ende der Folge, oder sowas. Hast du so ein paar Sachen notiert, so, ne? Ja. Ich war früher auch mal eine Zeit lang Team-Notizbuch, aber ich bin da elektronisch geworden. Also ich benutze da doch eher entweder eine App, also am Anfang war das mal so Wunderlist zum Beispiel, ne? Da hatte ich auch immer so mehrere Dinge auf, wo ich Sachen reingeschrieben habe. Aber aktuell bin ich wieder zurück Team Google Drive, also Google Docs, dass ich so zum Beispiel eine Hardcast-Folge, dass ich da so ein Dokument habe und da schmeiße ich alles rein. Aber, aber ja, ja, fühle ich, fühle ich total. Das Ding ist halt, das Buch sehe ich andauernd. Also ich sehe es hier, ich sehe es hier liegen und wenn ich das da rein notiere, behalte ich das im Hinterkopf. Aber da stehen auch nur Sachen drin, die hier wichtig sind. Also nichts von außerhalb, sondern nur was hier drinne wichtig ist. Was anderes steht da nicht drin. Also Termine und so mache ich auch über, äh, Dings hier. Bitte was? Äh, Termine und sowas schreibe ich auch alles über Handy. Nein. Doch? Nein. Ach, übers Handy, ja. Entschuldigung, ich dachte gerade über das Buch. Nein, Mann, ich habe da vorne, ich habe da vorne einen 40 Zoll Fernseher im Flur hängen, wo dran es steht, was ich für Termine habe. Ich schreibe mir das eigentlich im Buch. Spinnst du? Moment, 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 Moment. Du hast in deinem, du hast in deiner Wohnung im Flur einen Fernseher hängen, der quasi, wenn du wach bist, auch an ist. Und wenn du vorbeigehst, siehst du, was du für Termine hast. Ja, und wie das Wetter ist und Nachrichten und, äh. Ach so, wie so ein Spiegel, wie so ein interaktiver Spiegel. Ja. Okay. Reiz der Erfindung. Sag ich dir so, wie es ist, ich kann beim scheißen Termine lesen. Weißt du, Boogie? Ist so. Ist so, da stehen, äh, da stehen noch, äh, ich habe noch so einen anderen Kalender da drin, da stehen Spiele-Releases drin, danke an Pille Palle, der das übrigens, äh, betreut, äh, da stehen gerade EM-Spiele drin und alles sowas, alles so, was man mal bräuchte, wenn man gerade vorbeigeht. Ich habe gestern das erste Mal seit Jahren wieder beim Fußball reingelurkt. Erstes Spiel Portugal gegen Ungarn. Keine Ahnung. Lange Pause, weil ich es nicht genau weiß. Und das zweite war, war doch Frankreich gegen Deutschland, ne? Ja. Ich habe das Eigentor gesehen. Ich musste doch ein bisschen lachen. Also es ist sehr, also ich, äh, ich empfinde dann auch diese Scham, dass man, ach, verdammt, ja, das hätte mir auch passieren können. So, aber, ja, schade, viel Spadman. Aber ansonsten kann ich mit Fußball nichts anfangen. Ich musste heute wirklich im Stream fragen, ob EM oder WM ist, weil ich habe da gerade keinen Bezug. Ja. Also ich merke, dass A Sommer ist, dass irgendwas Großes los ist, äh, und dass was Großes los war, weil Zuschauerschaft, äh, ist gerade minimiert. Etwas. Und daran merkt man eigentlich immer, dass irgendwas Großes los ist. Mhm. Also musste ich heute mal kurz nachfragen, was eigentlich ist. Aber ja, wir haben EM. Danke, Chef. Wir haben EM, genau. Ja. Und gestern hat Deutschland verloren gegen Frankreich. Oh. Schade. Ja. 0 zu 1 verloren wegen Eigentor. War ein bisschen unlucky, aber wie gesagt, wenn ich da auf dem Platz stehen würde, wäre jetzt wahrscheinlich zwei Eigentore gegeben, ne? Oh krass. Und dann war das Internet. Twitter war so ruhig nach... Oh. Krass. Ich glaube, das ist in unserer Bubble, in Anführungszeichen, in unserer Bubble gar nicht... Natürlich gucken das viele, aber das ist jetzt nicht so... Weißt du? Also, ich habe auch mehr über Battlefield 2042 gelesen in meiner Bubble als über die EM. Also... You know? Ja. Vielleicht habe ich auch einfach nicht viel reingeguckt bei den sozialen Medien. Mhm. Naja. Noch ein Gadget. Jim. KVM-Switch. Habe ich früher benutzt. Erzähl. Aber jetzt kommt ja der Clou an der ganzen Sache. KVM-Switch für Maus und Tastatur, aber KVM-Switch für Maus, Tastatur und Kartenlesegerät. Babygirl. Ja. Das hat mir schon sehr viel umstecken. Ja. Kennst du diese Docs von Linus Tech Tips, der die zuhause benutzt hat? Also, er hat... Kurz ein Mini ausholen. Linus Tech Tips. Linus benutzt zuhause einen, nennen wir ihn Serverraum, in dem er quasi seine Gaming-Rig, seinen kompletten PC halt stellt und hat früher und auch jetzt noch eine Thunderbolt-Leitung gelegt bis in sein Büro und da steht dann quasi nur Maus, Tastatur, ein Dock, Monitor und das Ganze wird über das Thunderbolt-Kabel quasi transportiert. Ist aber dann natürlich kein Switch. Ist klar, ne? So in der Richtung. KVM-Switch kenn ich persönlich hauptsächlich so aus den Rechenzentren. Wenn du quasi in einem ganzen Rig, sag ich jetzt mal, x Computer stehen hast und kannst dann über eine Konsole auf alle zugreifen, als Beispiel. Oder halt im kleinen Bereich. Du hast zuhause zwei, drei Computer stehen und kannst mit einem Gerät, in dem Fall Maus, Tastatur, Video, zwischen den hin und her schalten, welches Gerät du ansteuern willst. Und der Computer dahinter bekommt halt immer das Signal, hey, da ist gerade ein Monitor angeschlossen und eine Maus und eine Tastatur und verliert diese Verbindung halt sozusagen nicht. So. Und die gibt's in verschiedenen Preisklassen, die gibt's in verschiedenen Ausführungen, die gibt's, ich nenn's jetzt mal voll digital oder eher so analog, also simpel aufgebaut. Und ich hab früher so geflucht über die Dinger, die ich hatte. Ich hatte erst so ganz billige und dann hab ich mir auch mal so gebrauchte Sachen aus dem Rechenzentrum gekauft. Boah, das ist, kannst du dir nicht vorstellen, was du damit für Probleme haben kannst. Ach, ich hab eigentlich nur einen, der USB wechselt, also nicht das Signal, also Video-Signal. Mhm. Ich hab quasi unten runter, da sind vier USB dran und dann kannst du die halt an die Rechne anschließen. Und da ist halt Maustastatur und Kartenlesegerät dran. Ich wollt grad sagen, wenn du nämlich über Video da auch drüber machst und switchst so zwischen Stream-PC, Game-PC hin und her, dann hättest du darüber wahrscheinlich kein G-Sync, Probleme mit hohen Frequenzen, sowas, ne, das kannst du knicken, ja, ja. Ne, da ist das ja bei Dings hier mittlerweile drin, Monitore kannst du ja mittlerweile 20 Rechner anschließen an das Ganze. Ja. Stimmt schon. Soll ich dir was sagen, wie du mich influenced hast? Okay. Also, ich hab mir, ich weiß gar nicht, ob die Verpackung hier noch liegt. Du kannst es nicht sehen, weil es jetzt zu hell ist hier, ne, aber kannst du es erkennen? Ja, kann ich. Zwei Stück. Sind grade im Testbetrieb, aber ich werd's jetzt nicht ausprobieren. Also, die Computer hängen da noch nicht dran, keine Sorge, aber es ist erstmal so ein Testbetrieb, um zu gucken, wie das funktioniert mit Sprachsteuerung, die Sachen ein- und auszuschalten, wie viel Last die verursachen, wie gut das funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob ich die über Home Assistant benutze oder später noch über was anderes, aber jetzt grade, ich hab die seit zwei Tagen dran, macht schon Spaß. Bist du Androider oder Appler? Äh, ich bin sowohl als auch, aber die hab ich jetzt komplett nur über Android quasi drin. Warum? Äh, weil du die wahrscheinlich, ich weiß nicht welche das sind, aber du wirst die wahrscheinlich nicht ins HomeKit reinkriegen. Das Thema hatten wir vorhin schon in meinem Chat, äh, und der Chat war der Meinung, diese Version geht ins HomeKit. Weiß ich nicht. Ja. Also meine gehen nicht. Aber ist auch kein Problem, weil machst du Home Assistant, fügst ein und machst dann ein HomeKit-Vatch. Ich hab HomeKit noch nicht aufgesetzt, also noch bin ich quasi ganz kleines Licht, was die Heimautomation angeht und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ich brauch da auch nicht so viel. Okay. Sagst du jetzt? Okay. Wir sind schon bei 51 Minuten, wir sind wenig bei Gadget Chat, wenn ihr was haben wollt. Wow, 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 wow. Bruni, wir reden die ganze Zeit über Gadgets mit ganz kleinen Ausschwenkungen, okay? Okay. 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 Also, mach jetzt nicht diesen. Übrigens, was ich noch als sehr wichtiges Gadget empfinde und das möchte ich ja auch extra nochmal sagen, ist, äh, Wireless Charging. Auf dem Tisch. Kann ich nicht so weit ziehen, weil das Kabel nicht so lang geht, aber ja, äh, find ich super. Ich weiß gar nicht, wann ich das, also ich weiß es, weil ich's vor ein paar Tagen erst gemacht hab, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dieses Hand-Handy-Gerät, das letzte Mal Wireless da vorgeladen habe. Weil es ist halt einfach so bequem, du sitzt hier, legst es da drauf und das ist völlig in den, in den normalen Ablauf übergegangen, das, ja. Ja. Super. Das ist 10 von 10. Aber weil das Charging ist ja auch so ein alter Hut, ne? Also das gibt's ja auch schon seit gefühlt immer. Also, nicht ganz immer, aber schon sehr lange. Ich glaub, so lange ist das auch noch gar nicht, du. Schon. Es gab früher schon mal, äh, schon mal Smartphones, die, die das integriert haben. Ja, aber die waren nicht so geil. Und dann wird das wegsubventioniert, äh, aus, aus diversen Gründen und, und dann, und dann kommt, kommt es jetzt so, so langsam wieder. Ja. Aber, also, also, ich würd jetzt sagen, es ist nicht so, äh, so neu, äh, so alt, mein ich. Wurde schon über das Schweißhandtuch als Gadget geredet? Ja, das hier. Es muss immer ein Halt über den Tisch sein, immer. Wenn es, wenn es so warm ist wie jetzt, mit oder ohne Klima, ist völlig scheißegal. Ich geh wirklich mehrmals, äh, wenn ich sowieso grad in der Küche bin oder so, ich, ich wasche mir wirklich mehrmals dann die Hände. Ja. Also, ich bin auch eins vor so einem Schweißtuch. Ich mag das auch nicht, wenn meine Hände den ganzen Tag so kleben. Kann ich auch nicht. Also, das ist Pflicht. Also, absolut Pflicht, find ich. Super, super wichtig. Absolut, ja. Absolut. Also, Stream Deck ist natürlich, also, ich meine, über Stream Deck müssen wir ja nur nicht reden, was Gadgets angeht, oder? Das, Stream Deck ist so ein Multifunktionsgerät, ne? Also, was du, was du mit dem Stream Deck alles mittlerweile für Plugins hast, es gab jetzt auch diese große Erweiterung, diese 5.0 Version von Elgato. Also, ähm, lustigerweise hat Elgato auch ein Update für die, ähm, für Epoch Cam rausgehauen oder der Entwickler davon. Ähm, es sieht so aus, als ob demnächst bei Epoch Cam auch sowas wie Snapchat-Filter drin sind, aber, ähm, wenn wir über Stream Cam reden, äh, über das Stream Deck reden, ähm, diese, diese Version 5 hat jetzt quasi so eine integrierte Bibliothek für Soundfiles, zum Beispiel, die man mal eben darüber runterladen und einbinden kann. Und, ähm, ich finde, das Einbinden hätte man noch simpler gestalten können, aber die sind schon auf einem echt guten Weg. Also, das, das, ne, die Musik brauche ich jetzt nicht so. Die Effekte finde ich schon ganz cool, äh, auch, dass es übersichtlicher ist, äh, die ganzen, die ganzen Plugins zu finden und auch die damit einzubinden, ist auch schon cool. Äh, ja, schon sehr geil. Da kannst du wirklich alles einbinden. Ob das eine Philips Hue-Geschichte ist, zum Beleuchten, oder die den, die Bitcoins da mal eben drauf, also den Bitcoin-Kurs mal eben anzeigen lassen kannst, da ist ja alles drin. Schon sehr krass. Was ich aber schade finde, wo wir über diese, wo wir gerade ganz kurz über, über, ähm, Smart Home und so weiter gesprochen haben, dass man, dass es zum Beispiel keine native, äh, Installation oder Integration von den, von den Keylights gibt, äh, die sowas in Home Assistant zu, äh, es gibt von Elgato selber keine. Du kannst es über Umwege machen, hab ich auch gefunden, die Anleitung, aber von Elgato gibt es soweit für Home Assistant keine Integration, oder? Äh, äh, bin ich mir nicht sicher? Müsste ich lügen. Also ich hab, ich hab vor ein, zwei Tagen erst, äh, bei, ähm, bei YouTube speziell auch nur nach Anleitung gesucht, weil da müsste man sowas ja easy finden. Nee. Und es gibt Umwege, wie man das einbauen kann, aber eben. Also Home Assistant, kann ich dir jetzt schon sagen, ist mehr lesen als Videos. Also dafür wirst du, also ich weiß nicht, wie jetzt aktuell der Stand der Dinge ist, aber, also lesen wirst du auf jeden Fall mehr finden als, äh, als, äh, als Videos. Okay. Naja, also da war ich, ich will nicht sagen, enttäuscht wäre das falsche Wort, aber ich dachte so, wie, Moment mal, das wäre doch total cool, wenn du mit, also es gibt, wie gesagt, Umwege, wie man zum Beispiel mit einem Alexa oder mit dem, mit dem Google-Dingern, äh, also mit den Sprachassistenten, die über dann die smarten Lautsprecher verbunden werden. Natürlich gibt's Umwege, wie man darüber, ähm, sozusagen, ähm, den, ähm, die Keylights ein- und ausschalten kann, aber das waren halt, keine Ahnung, also, doch eher sehr umständliche Nerdwege als so eine einfache Integration mit hier anmelden und läuft, so, ne? Ja, das ist immer noch ziemlich viel, wenn man nicht in den eingebauten Systemen drin ist. Mhm, genau. Ja, aber, also, Home Assistant, du kommst ja eigentlich genau richtig, Home Assistant ist ja mittlerweile nicht mehr so schwierig wie früher, also, damals musste man noch Konflikt schreiben und dies, das, ananas, das gibt's ja alles gar nicht mehr so extrem. Also, es ist schon besser geworden. Ja, jetzt, äh, also, wenn du, also, du wirst schon deine Anwendungsmöglichkeiten noch finden, denk ich mal, tobt dich doch mal aus. Ich, ich sag mal so, das fängt mit Steckdosen an und das hört mit, äh, beim Scheißengehen geht das Licht automatisch an, äh, nachts, wenn man schläft oder aus, ja, hört's dann auf. Mein erster Gedanke war bei den Steckdosen nämlich, ich möchte, also, erst hab ich, hab ich die, die Steckdosen einfach nur in den Raumbüro hinzugefügt und dann fällt einem natürlich super einfach, es geht für einen super einfach von den Lippen, hey, mach Büro aus, ne, nicht cool. Dann hat jemand aus meinem Chat gesagt, er hat den Raum einfach Scheiße genannt, so, von wegen, hey, Alexa, mach die Scheiße aus. Auch cool, ne, witzige Idee. Aber mein Gedanke war, wenn, 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 wenn die, wenn die smarten Steckdosen doch sowieso ein, ein, die Möglichkeit haben, den, den, also, die Last, die anliegt oder die Watt oder was auch immer zu messen und auszugeben, dann könnte man ja ein Skript schreiben, dass, wenn eine bestimmte Last unterschritten wird für eine Viertelstunde, dass dann die Steckdosen automatisch ausgeschaltet werden. Das heißt, du bist fertig mit deinem Zeug, machst alles aus, Licht ist noch an, du bist hier dran, nichts passiert. Okay, du gehst raus, machst Licht aus, zack, das Ding wird nach einer Viertelstunde automatisch ausgeschaltet, ne. Weißt du, was witzig ist? Ja, bitte. Das kann man mit Home Assistant zwei Minuten machen. Ja, ich weiß, genau danach hab ich nämlich gesucht gestern. Ich hab geschaut und hab auch sofort Anleitungen dafür gefunden, ne, also das war, das war, das ist halt relativ easy. Weil das ist ja kein komplexes Skript, das ist ja nur ein, ich sag jetzt mal, ne Abfrage an die Steckdose, wie viel liegt an, alles klar, ist zu viel, geh mir nicht auf den Sack, ne, ich verfall wieder in den Sleep-Modus für eine Viertelstunde, als Beispiel, ja, okay, die Last ist unter den voreingesetzten Wert, ne, also warten wir jetzt nochmal eine Viertelstunde, als Beispiel, fragen wieder ab, der Wert ist über den Zeitraum die ganze Zeit unter dem Wert geblieben, alles klar, zack, Event auslösen, Steckdose ausschalten, fertig. Mhm. Jetzt nicht so kompliziert. Ne, ey, du, du kommst, das wird, glaub mir jetzt, du wirst merken, wie einfach dein Leben auf einmal ist. Ich hab früher schon mal mich mit dem Thema Skripten in diesen Bereichen, also nicht im Home-Assist-Bereich, aber so in solchen Bereichen schon mal auseinandergesetzt, also das ist, die einfachsten Lösungen, die man so hat, die sind meistens schon nicht ganz schlecht und dann merkt man im Anwendungsfall so, du sitzt zu Hause, guckst Fernsehen, auf einmal wiegt alles aus und du denkst so, ach, scheiße. Oh ja. Stimmt, das ist ja an die Kondition 11 Uhr geknüpft, als Beispiel, so, ne. Aber ich hab, also, ich hab das in meinem Büro damals gehabt und, äh, das hat sich dann einfach gar nicht mehr gelohnt, äh, da hat sich nicht gelohnt, ich hatte früher in meinem Büro einen Bewegungsmelder drin. Und immer, wenn ich reingekommen bin, ging das Licht an. Aber manchmal hast du ja auch so einen Moment, da soll das Licht ja nicht angehen. Hast du, und dann geht dir das auf den Sack. Und dann findest du keine vernünftige Kondition dafür. Ja, also, ist schon, das Ding ist, also, das zu bauen ist nicht schlimm, die Kondition ist das Schlimme. Hm, glaub ich. Ja. Übrigens, Gadget, USB-Ventilator. Auf jeden Fall 10 von 10. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. 10 von 10. Würdest du den an den Computer anschließen? Nee, hab ich nicht, aber da kommt das nächste Gadget ins Spiel. Ein USB-Mehrfach-Strom-Verteiler-Moppel-Hub? Bagger, ich hab die geilsten USB-Hubs auf dem ganzen Planeten gefunden. Die kosten 40 Euro, da sind vier Charger dran, also Quick Charge. Und dann sieben, äh, danach sieben, äh, äh, sag schnell, wie heißt das denn? Sieben normale USB-Geräte. Und das Ding ist einfach der absolute Oberhammer, sag ich dir. Ich hab mir gerade erst für meinen Tisch eingeholt mit, ich glaube, acht Ports. Äh, unterstützt auch gewisse Quick Charge-Scheiße oder so. Ist aber egal, braucht man in dem Fall sowieso nicht, weil, also, in meinem Fall, in meinem Fall brauch ich das nicht. Ähm, so, so mit dabei. Ähm, äh, aber ja, also, so ein USB-Mehrfach-Charger, wo du sofort mit, mit, also mit einem Gerät, mit einer Steckdose gefühlt, quasi fünf oder sechs Geräte aufladen kannst, Daumen hoch. Werdet ihr wahrscheinlich im Wohnmobil auch gebraucht haben, ne? Äh, ich weiß gar nicht, wie wir das da gemacht haben. Achso, ja, da hab ich so ein, ich hab für unterwegs so ein Quick Charger, ja. Ja, da, hier, geiles Ding, Alter. Und da hängt mein USB-Ventilator dran. Okay. Das Ding ist einfach 200 von 10. Okay, also, ja, ich geb das mal in meinen Chat weiter, natürlich den guten Affiliate-Link, Kappa. Achso, ich hab, ich hab kein Affiliate-Programm, muss ich so sagen. Ja, es ist, äh, ist jetzt, äh, also, bei, also jetzt, äh, jetzt, no hate, ja, also du kannst mit den Knöpfen die Dinger ein- und ausschalten, ja? Ja. Der, der sehe, also, jetzt, nicht böse gemeint, aber der sehe mir ehrlich so nach China-Wahre aus, so im ersten Blick. Ja? Ist der beste Hub, den ich bis jetzt hatte und der auch am wertigsten ist. Also, wenn du das Ding wirklich in der Hand hast, ist das, finde ich persönlich, sehr, sehr wertig. Okay. Da war ich zwei Stück mittlerweile. Und das funktioniert tadellos, das Scheißding. Also, noch wirklich noch nie, ich hab einen kompletten Elfer-Foil, einwandfrei. Also, wirklich, einwandfrei. Ich hab, ich hab hier bei mir, äh, in meinem, äh, ich hab hier so ein, so ein, so ein großes Regal mit, mit so Fächern zum Auf- und Zumachen, so, oder mit, 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 ähm, Türchen. Und in einem, das ist so meine, meine Loading-Station, da hab ich eine, so eine große, ähm, Mehrfach-Steckdose drin und da steckt zum Beispiel auch so ein Mehrfach-USB-Stecker drin. So, und, ähm, da kannst du dann halt zum Beispiel ganz normale Akkus aufladen, ne, an über der Steckdose mit einem Akkular-Ladegerät, äh, da, da schließe ich ab und zu meinen, meinen Kopfhörer jetzt an, ne, zum, zum Aufladen, äh, solche Sachen. Ähm, und halt eben auch so die Handys hab ich früher damit immer geladen, mach ich mittlerweile gar nicht mehr, weil, ne, wie gesagt, hier über die Induktionsgeschichte geht das ganz gut. Ähm, da, in solchen Situationen macht sich das echt ganz gut, weil es ist an einem Ort, du kannst es mal eben anschließen, kaufst dir noch ein paar kurze USB-Kabel dazu, dass du nicht diese zwei Meter Trümmer dann dabei hast oder anderthalb Meter Trümmer mit dabei hast, ähm, das ist echt cool. Und, ähm, der Nachteil ist aber diese, diese Quick-Charge, äh, ähm, äh, Dinger, die du dabei hast, ne, da machen die Hersteller ja auch gerne mal so ihr eigenes Süppchen. Es kann aber so sein, wenn du jetzt das neueste China-was auch immer-Gerät kaufst, das mit 150, 180, 200 Watt geladen werden kann, dass das von dem Gerät nicht unterstützt wird. Ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, äh, für den Normalbetrieb reicht das in der Regel immer aus, ne? Ich hab gestern, wo wir, Entschuldigung, wir reden ja schon wieder von, ich hab gestern was richtig Geiles gesehen, da hat sich einer eine Powerbank gebaut. Mhm. Und das Ding hat ein Output von, oh, ich weiß gar nicht, über tausend, äh, damit konntest du die Mikrowelle laufen lassen. Und die Mikrowelle lief acht Stunden, dauerhaft. Ey, ohne Witz, ne? Mit wie viel Watt? Tausend Watt? Ich war, also, keine Ahnung, müsste ich nochmal genau gucken. Aber der hat sich eine Batterie gebaut und ich war Instinct so, Bruder, das brauchst du für dein Auto. Also, ganz ehrlich, das war richtig krass. Der hat, also, der hat ohne Scheiß, der hat einen Gaming-Rechner laufen gehabt, den Monitor dazu, drei Lampen hat er angemacht und hat da drauf mit seiner Freundin im Garten gezockt. Und das, ich weiß gar nicht, wie lange, aber ich fand das so geil, dass ich mir gesagt hab, pack mal live, das bräuchte ich auch. Weil sowas feiere ich ja richtig hart, ne? So ein Portable-Strom, da hast du mich eigentlich immer. Weil ich, der Anwendungszweck halt, äh, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, der Anwendungszweck wäre halt IHL-Tour. Weil wir haben nämlich letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, 2019, haben wir genau so ein Ding gebraucht. Aber so ein Ding halt mit richtig viel Saft, wir hatten das nicht. Wie groß, wie schwer in diesem DIY-Projekt? Aktenkoffer, konntest du gemütlich mit der Hand tragen. Nee, nicht wirklich. Doch, Aktenkoffer. Also, so von den Dimensionen würde ich sagen, ein Aktenkoffer ist mir beim Griff, ich bin ja auch, ne, Kind der 80er sozusagen, also da kennt man dieses noch, wie groß ein Aktenkoffer ist. Wenn ich sagen würde, so ein Aktenkoffer mit den, in Anführungszeichen, uns zur Verfügung stehenden jetzigen Akkus und, 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 äh, Batterietechnologien, würde ich sagen, so ein Ding kann nicht vom Gefühl her eine Mikrowelle den ganzen Tag anhalten. Geht gar nicht. Und oder mit einem Gaming-PC zum Zocken. Da waren 84 Lithium-Batterien drin. Die, die kleinen? Nee, also es gibt ja unsere A, die für die, für die Vape und dann gibt es noch eine Nummer größer. Davon waren 84 Stück da drin. Okay, und die dann quasi alle miteinander verbunden, ich vermeide jetzt das Wort in Reihe geschaltet oder parallel, weil ich es nicht weiß. Die waren in Reihe. Okay, bei einer Reihe hast du dann noch das Problem, hast du einen Ausfall, ist alles weg, ne? Nee, müsste eigentlich auch so noch gehen, weil, äh, da ist so eine Gerätschaft für, äh, gebaut gewesen. Egal, auf jeden Fall krass, auf jeden Fall krass. Das war richtig wild. Ich höre gerade, neben deinem Projekt, äh, der, äh, der, äh, der Werkstatt, äh, die Werkstatt aufzubauen, neben der Beschriftung der Werkstatt, die du wahrscheinlich niemals umsetzen wirst, neben dem 3D-Druck wäre das quasi, ja, ich, ich, ich fronte gerne, ne? Aber wäre, wäre dann quasi das Bauen einer eigenen, äh, super starken Powerbank, die du niemals mit in ein Flugzeug nehmen darfst, äh, wahrscheinlich, äh, sehr wahrscheinlich. Nee, darfst du sowieso nicht, ne? Wie war das? 50.000 Milliarden per Stunde ist bei vielen Fluggesellschaften schon absolut, äh, Obergrenze? Ja. Äh, ja, genau, das ist das Video von DIY Perks. Ja, warte, ich schick dir das. Ist auch so ein Channel, Alex, könnte für dich interessant sein. Und, äh... DIY Perks kenn ich, ja. Guck ich regelmäßig. Also, der bringt, der macht, der macht, sorry, der macht ja, der macht ja, der macht ja nicht, äh, der macht ja nicht, äh, jede Woche ein Video, sondern die Projekte dauern ja teilweise auch sehr lange, bis er die gebaut hat und sowas, aber dann sind das halt richtig saftige Dinger, also, ne? Keine Ahnung, dieser komplette, äh, dieser komplette Tischumbau, einen Tisch umbauen, ein PC in den Tisch zu bauen, ist ein alter Hut, aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das ist halt so, wie, weißt du? Also, wenn du nur den Tisch so siehst, ist schon sehr geil, ja. Ja, guck ich mir an, hab ich noch nicht gesehen. Übrigens, ich lege wirklich sehr viel, äh, 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 sehr viel, ähm, auf Ordnung. Also, auch wenn du dir da jetzt gerade drüber schmunzelst, ich lege da echt viel Wert drauf, dass alles ordentlich ist. Nein, nein, ich hab, ich hab mir nicht über Ordnung lustig gemacht, aber wenn ich, wenn ich dir so aus, als Werbetechniker irgendwie, äh, quasi die, die Idee hätte, hey, man könnte ja Dizzyland, äh, quasi direkt als, als, als 3, ähm, als 3D gedruckte Schrift quasi machen, als Reliefbuchstaben, Profilbuchstaben oder irgendwie sowas, ja, und könnte die dann einzeln, ähm, so an die Wand bringen, ne? Und die vielleicht sogar noch, ähm, ähm, äh, schönen Hintergrund beleuchten, ne? Das, das kann halt, das sieht dann auch abends sehr geil aus, ne? Schon cool. Du machst dich jetzt noch, du machst dich jetzt noch darüber lustig. Ich mach mich darüber nicht lustig. Wenn ich dann, wenn ich in 2, 3 Monaten eine ordentliche Werkstatt, äh, Werkstatt unten in meiner Garage habe, dann, äh, lieber Alex, äh, wirst du sehen, wer lacht. Ich pack nochmal den Link von DIY-Perks in den Channel, in den Chat, weil das ist, also für mich ist es in meinem Chat, weil ich finde, also, von den Videos, die man von ihm gesehen hat, also, die ich von ihm gesehen habe, da waren wirklich einige Kracher mit dabei. Also, wie gesagt, Building an Invisible PC, du würdest nicht glauben, dass in diesem Stück Holz einfach so viel Technik drinsteckt oder, oder, keine Ahnung, oder, also, ich erinnere mich an irgendein Video, das ist auch, glaube ich, schon ein bisschen älter, da hat er irgendwie, ähm, alte, was war denn das, Hintergrundbeleuchtung von Fernsehern oder sowas genommen, an die er günstig drangekommen ist und hat dann, hat dann quasi so eine Art, ähm, Tageslicht, äh, wie eine Sonne quasi eingebaut, so, ne? Also, total bekloppte Sachen einfach so. Egal. Let's move on. Er hatte Playstation 5 gerade umgebaut. Äh, das hab ich auch noch nicht gesehen. Also, ich guck mir diese Videos von ihm gerne an, ich bin da schon lange Abonnent, aber die gehen mir auch immer durch, weil manchmal, kennst du das, wenn du so, wenn du, also, ich bin viel auf YouTube, ich bin auch überzeugter YouTube-Premium-Kunde, ist so. Ich auch. Äh, aber, ähm, ich, äh, schau mir auch manchmal Videos von JP's Performance nicht an, weil die 40 Minuten lang sind. Und wenn ich sie mir angucke, dann, 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 dann merke ich gar nicht, dass 40 Minuten um sind. Und bei, bei DIY-Pox ist es genau das Gleiche. Wenn ich da ein Video sehe, das ist eine halbe Stunde lang, dann denk ich so, ja, das guckst du dir in einer ruhigen Minute an. Aber eine halbe Stunde wollte ich jetzt da nicht. Das hab ich häufig. Ja, wenn ich einen Channel hab, dann guck ich den durch, fertig. Also, ich sag mal, ich hab, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab darauf verzichtet, oder verzichte darauf, äh, sowas abends zu machen. Also, ich hab mir ne Grenze gesetzt, ab dann guck ich sowas nicht mehr. Ja. Rabbit Hole. Nee, weil, nee, weil das, nee, das Gehirn verarbeitet die Scheiße erst, wenn du schläfst. Und dann kannst du, schläfst du nicht mehr vernünftig. Weil dein Gehirn die ganze Zeit an diesen Quark denkt, den du dir da angeguckt hast, weil du das ja selber auch machen willst, also verarbeitest du das erst. Ja, verstehe ich. Äh, das hab ich nicht so. Ich hab da eher das Problem, wenn ich dann einen neuen Kanal finde oder mir was angucke und dann da kleben bleibe, dann guck ich mir noch zwei, drei weitere Videos an und dann ist auf einmal zwei, drei Uhr. Und ich bin gerade dabei, auch deutlich früher mit meinem Tageswerk anzufangen, ergo, ergo, möchte ich gar nicht mehr so lange wach bleiben. Also, also, zur Zeit bin ich um elf Uhr abends echt müde und penne dann auch. Und das ist total super, weil ich dann morgens um acht Uhr wach bin und auch wirklich fit bin und nicht irgendwie dann um zehn Uhr aufstehe und wie ein Zombie gerade erstmal aus dem Bett krabbeln, ne? Das kommt auch vor, aber, you know. Das hab ich übrigens, das ist so ein gesellschaftliches Ding, das hab ich noch nie verstanden. Wer festlegt, wann du aufstehst und wann nicht, hab ich nie. Ja, das hat bei mir nichts mit der Gesellschaft zu tun. Es geht meinen Nachbarn nichts an, ob ich um 15 Uhr aufstehe oder um 6 Uhr morgens. Genau. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber ich hab für mich gemerkt, ich hab jetzt gerade meine Streaming-Zeiten ein bisschen nach vorne gezogen. Ich fange super gerne jetzt so vormittags an zu streamen um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr, wo ich früher deutlich später angefangen habe. Und ich bemerke bei mir, dass ich auch abends, wenn ich dann um 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 20 Uhr dann sozusagen fertig bin mit dem Streaming, dann hab ich auch das Gefühl, oh, du hast was geschafft und du bist jetzt fertig mit der Arbeit. Du musst, also Arbeit im Sinne von Streaming, ich weiß, Streaming ist keine richtige Arbeit und so, da haben wir auch schon noch, wir beiden haben da nicht drüber gesprochen, aber ich bin da der Meinung, da muss man auch nicht so tun, als ob das so der anstrengendste Job der Welt wäre. Außer, du hast Projekte laufen, die wirklich viel Betreuung verursachen oder du hast gerade eine sehr stressige Zeit, dann kann Streaming stressiger sein als jede Arbeit auf der Welt. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Ich sehe an deinem Gesicht eine gewisse Skepsis. It depends, Dizzy, it depends. Du kannst es nicht verallgemeinern, weder in dem einen noch im anderen Bereich. Aber wollen wir diese Büchse für heute mal nicht aufmachen? Nee, wir machen die Büchse genau jetzt auf. Okay, raus. Du hast die Büchse jetzt aufgemacht. Okay. Also dieses Meme, dass das kein Job ist, ist einfach auch nur ein scheiß Meme. Es ist ein Job, aber es ist ein einfacher Job, es ist ein Fun-Job. Ey, also jetzt mal wirklich. Also Jim, ich möchte dir das nicht unterstellen, ne? Aber wenn du jeden Tag so zwischen vier und fünf, sechs, sieben Stunden dein allerbestes gibst, jemanden zu unterhalten, ist das fucking anstrengend. Und es fuckt sieben Tage die Woche. Und jeder, der sagt, dass das kein Job ist. Okay, kann ich verstehen, jetzt kommt aber das kleine Wenn und Bis. Aber nach den sechs bis sieben, acht Stunden bist du ja noch lange nicht fertig. Weil mit dir schreiben oder mit dem schreiben und dies machen und jenes machen, also jetzt in meinem Fall, wenn ich von mir ausgehe, gehört ja auch noch dazu. Das heißt ja, in der Theorie hörst du nie auf zu arbeiten, bis du schlafen gehst. Und wer sagt, dass das nicht anstrengend ist, ja, der hat dann wahrscheinlich auch einfach den krassesten Kopf auf dem ganzen Planeten. Weil die Scheiße ist einfach mal, genauso wie jeder andere Bürojob auch, richtig fucking anstrengend für die Rübe. Weil du glimmerst dir da nach Jahren alles durch. Nils, da sprechen wir dieselbe Sprache. Ich wollte jetzt auch nicht zu nahe treten dabei, ja? Nee, nee, ist okay. Ich wollte nur einmal im Rahmen dieses Podcastes, ich feiere das Meme auch. Ich sage auch, ich arbeite nicht. Weil ich den ganzen Tag am Fides spiele. Ich sage das auch. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass die Kacke halt auch trotzdem richtiger Ballast für deine Rübe ist. Und kaufmännisches Risiko, weil dies, das und du weißt nicht, wie lange der ganze Spaß weitergeht und so weiter und so weiter. Ja, das stimmt. Das ist Kinderkacke so, da müssen wir nicht drüber reden. Also das ist irrelevant, finde ich. Okay, und jetzt habe ich gerade total den Faden verloren. Also da sprechen wir die gleiche Sprache. Da rede ich auch kein bisschen dagegen. Ich sage nur, für mich ist das, was ich mache, ein super Fun-Job. Das ist für mich wirklich ein einfacher Job. Aber natürlich ist es auch fordernd und anstrengend. Und ich bezweifle, dass ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe hier jeden Tag mein Bestes, ich lasse auch meine Launen und meine Stimmung zu 100% raus. Weil ich für mich sage, ich habe weder Bock, mich zu verstellen, eine Maske aufzusetzen oder so weiter. Und ich weiß, dass das dann auch nicht gerade immer zu dem besten Ergebnis, was dann auf mich zurückfällt, wieder wird oder so. Ich verstehe das, wenn jemand sagt, auf den Typen habe ich heute überhaupt keinen Bock. Wenn er einen scheiß Tag hat, dann hat er einen scheiß Tag. Da kann ich mich auch manchmal wirklich nicht gut zurücknehmen. Das ist schon deutlich besser geworden, weil ich zum Beispiel für mich merke, hey, wenn ich meine Zeit ein bisschen anpasse, dann bin ich auch viel zufriedener. Also es hat für mich keine Relevanz zu sagen, ich muss morgens aufstehen, weil die Gesellschaft das von mir verlangt. Das ist mir scheißegal. Aber ich merke bei mir, wenn ich auch in den Nachtstunden, und ich bin super gerne lange nachts wach und ich liebe das nachts bis morgens, um weiß ich nicht wie viel Uhr zu zocken oder Zeit zu verschwenden. Aber ich merke für mich, wenn ich zum Beispiel meine Haupt-Streaming-Tage oder sowas jetzt so in Richtung Wochenende lege, ich finde das total wichtig, frühmorgens anzufangen, späten Nachmittag, abends aufzuhören und zu sagen, ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich bin heute fertig. Ich habe das erreicht, was ich heute schaffen wollte. Wie gesagt, it depends. Du kannst es niemals verallgemeinern. Und ich würde niemals jemandem sagen, was der macht, du bist ja nur in einem Hot Tub, du machst ja nichts, du tanzt da nur ein bisschen rum. Ich würde niemals sagen, das ist keine Arbeit. Dass ich das auch ein bisschen lustig finde und dass ich das auch komisch finde, dass Leute, dass die gerade jetzt so polarisiert oder so, das finde ich auch komisch. So, ja, aber ich würde niemals hingehen und sagen, das ist keine Arbeit. Das ist halt, das Ding ist, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, was rübergetragen wird, weil, hey, früher war ich auf dem Bau, Alter, das war richtig anstrengend hier. Das ist halt Blödsinn. Also auch wenn du dir jetzt einen Beamten nimmst, beispielsweise, der dem raucht die Rübe. Also vielleicht nicht allen, aber vielen raucht die Rübe. Und das ist halt, es gibt halt nicht nur Anstrengungen für deinen Körper, sondern auch Anstrengungen für deinen Geist. Und das unterschätzen viele Menschen, dass das fucking anstrengend ist. Das stimmt, das stimmt. Das ist halt auslaugt, also das laugt dich halt richtig aus. Aber, hey, wie mir zähl ich das? Ich habe schon relativ früh, als man angefangen hat zu streamen, hatte ich schon relativ früh mit Menschen zu tun, die in den Channel kamen und genau diese Meinung vertreten haben. So von wegen, ja, komm doch erstmal in meinen Job. Und dann habe ich anfangs auch sehr, sehr viel damit diskutiert und auch gesagt, so, ja, natürlich ist Streaming anstrengend und so. Und habe aber auch im Prinzip für mich meine falschen Schlüsse da irgendwo rausgezogen. So, weil ich natürlich nur meine Arbeit irgendwie rüberbringen wollte im Sinne von, natürlich ist das anstrengend. Aber für jemanden, der uns zuguckt, der sieht bei dir, hey, der sitzt die ganze Zeit in seinem Rick und fährt da mit seinem, ich weiß gar nicht, was sein Rick jetzt genau kostet, mit seinem 5.000, 8.000, 10.000 Euro Rick die ganze Zeit spazieren und hat einfach nur Spaß und kriegt sogar noch Kohle dafür. So, und bei mir, hey, der läuft da ein bisschen über Battlefield und schießt ein paar Leute kaputt und flamet andere, die besser sind als er. So, das ist üblich halt. Und ich habe damals schon recht früh gelernt zu verstehen, du musst nicht mit mir einer Meinung sein oder sowas, aber du kannst nochmal, verdammt nochmal, meinen Job wertschätzen. Ich schätze deinen ja auch wert. So, wenn du zu mir hinkommst und sagst hier, du bist Geigenbauer, dann sage ich auch so, bist du dumm, Alter, das ist auch keine Zukunft. So, willst du Geigen bauen? Wie oft verkaufst du so ein Ding? So, weißt du? Weil ich das nicht verstehe. Natürlich ist Geigenbauen ein super toller Job, wenn du das drauf hast, wenn du eine Kundschaft hast, wenn du da in dem Thema drin bist und sowas. Das muss unfassbar erfüllend sein, dass du wochenlang an einem Musikinstrument rum arbeitest. Ach, Geigen! Ich habe Geigen verstanden. Ich denke mir so, was labert er mit Geigenbauer denn jetzt hier? Geigen. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade von einer Serie den zweiten Teil gesehen, da geht es auch um unter anderem Geigenbauer. Ah ja, okay. Geigenbauer wäre jetzt nicht so erfüllend. Ja, der war gut aufgehangen. Das muss doch unfassbar inspirierend sein und auch erfüllend sein, dass wenn du wochen oder tagelang an so einem Instrument schraubst und arbeitest, bis dann der erste Ton rauskommt und das einfach gut klingt. So die Richtung. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Berufe, da kannst du dich nicht identifizieren, weil du einfach das nicht verstehst und trotzdem ist es wichtig für die Gesellschaft und das Gesamtbild, dass es diesen Beruf gibt. Punkt. Aus Ende. So, da muss mir nicht einer Meinung sein oder sowas. Ganz klar. Mir ist das scheißegal, was Leute davon halten. Ja, eben. Mir ist das so egal, was da einer dazu sagt, ob er mich auslacht, weil ich Büromensch bin. I don't give a fuck. Das interessiert mich halt wirklich nicht. Das hat mich auch noch nie interessiert. Weil Menschen das gar nicht einschätzen können. Wir sind ja Unterhaltung. Früher hat das auch kein, ich beschreibe das immer so, früher der weinende Clown ist das immer. Oder, also du merkst es ja viel auch in der Unterhaltungsbranche, dass Menschen wollen unterhalten werden, Brot und Spiele und alles, was hintenrum passiert, ist denen egal. Und genau so handhabe ich das auch. Mir ist das scheißegal, ob das irgendeiner weiß. Ich brauche keine, also ich brauche jetzt nicht von Leuten den Rücken getätschelt, um, damit sie mir sagen, oh, das hast du aber fein gemacht, dass du so viel gemacht hast. Weil das machst du am Ende eher freiwillig. Und wenn sich jemand von den Schäfchen bei mir verläuft und sagt, puh, das ist aber keine richtige Arbeit, sage ich, na, ist ja auch nicht. Aber Geld sagt auf dem Konto was anderes. Also heule leise und verpiss dich. Also mir ist das egal. Ist halt so. Ey, das ist halt ganz einfach so. Ich schreibe verfickte Rechnungen, wie jede andere Firma halt auch. Und ich werde von anderen Firmen für meinen Auftrag bezahlt. Ja, was ist denn da? Definition Arbeit. Also halt die Fresse und verpiss dich. Ganz einfach. Aber es ist Problem gelöst. Musst du, wie du schon sagst, entweder akzeptierst du es, akzeptierst du es nicht. Alles andere ist mir scheißegal. Fertig. Verpiss dich. Kannst du ein Meme draus machen oder auch nicht und, äh, mh. Okay. Ähm. Ich überlege gerade, ob wir da ein Gadget zu haben. Ja, ein Stift. So was zur Rechnung schreiben oder zu verpiss dich? Ich hab ein gutes Gadget zu, verpiss dich. Das hat auch jeder. Das hat wirklich jeder. Ey, jetzt mal überleg mal. Wann hast du das letzte Mal irgendwie mit dem Mittelfinger gezeigt? Das fühlt sich gerade super weird an. Vor ein paar Tagen. Echt? Also in meinem Stream. Ich mach das regelmäßig mal im Stream. Oh krass. Ich mach das jetzt aus Respekt nicht, weil ich jetzt auch auf einem anderen Kanal zu sehen bin. Ach man, Alex. Aber, aber, aber doch. Ich benutze den Mittelfinger relativ häufig. Also, ja. Okay, darf ich kurz was aufgreifen? Ja, bitte. Man sollte dich fairerweise dazu beglückwünschen, dass du einen Beruf hast, der dir Spaß macht. Jeder, der das kritisiert, sollte einen eigenen Beruf in Frage stellen. Genau das ist nämlich das Ding. Und Menschen, die, also, also nicht um irgendjemandem damit nahe zu treten, das Ding ist halt, in den scheiß fucking Zirkus geht auch jeder rein. Und dafür bezahlt er. Und das ist nichts anderes. Wenn du in einen Stripclub gehst, und das meine ich jetzt wirklich ernst, und dem Tänzer innen Geld in den Schlüpper steckst, bezahlst du dafür auch. Oder wenn du fucking nochmal in Tschechien auf den Strich gehst, um da einen zu versemmeln, machst du genau dasselbe. Und das ist hier nichts anderes. Und das ist der herzeste Vergleich, den ich immer bringen kann. Wir sind auch nur, Entschuldigung, Alex, dreckige Huren. Was anderes sind wir auch nicht. Nur, dass ihr über uns lacht, wie Clowns. Aber was anderes ist das hier auch nicht, verstehst du? Und das so abzutun, als wenn's so nicht ist, ist halt ein bisschen weird. Das ist halt so zwei, zwei, wie sagt man denn? Doppelmoral-Scheiße. Du bist jetzt eigentlich auf das Thema gekommen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es Doppelmoral, wenn man das so an der Stelle nicht anerkennt. Ob du nur viel arbeitest oder nicht. Ich meine, so ein, weiß der Geier, such dir irgendwelche Broker aus oder Instagramer oder was auch immer alles. Ob die jetzt viel machen oder nicht, weiß ich nicht. Steht mir auch nicht zu. Ist mir auch eigentlich völlig Wumpe. Es ist, du kriegst Geld am Ende des Monats auf dein Konto, also ist dein Job. Punkt. Fertig. Per Definition. Fertig. Fertig. So, Entschuldigung. True. Und jetzt das passende Gadget dazu. Was haben wir denn für ein schönes Scheiße? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe kein passendes Gadget dazu. Ich habe auch keins. Wir haben gerade über das Streamnet gesprochen. Das war noch so das letzte Wort, ich mich erinnere, bevor wir aufgedriftet sind, wo ich ein bisschen abgedriftet bin. Bevor ich diese kleine Büchse aufgerissen habe und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich hängengekommen bin. Scheiße. Ich weiß es auch nicht. Aber Chad, was sind eure Gadgets? Genau, Chad, was sind eure Gadgets? Was habt ihr für Gadgets auf dem Schreibtisch, die wir auch bräuchten? Weil bei mir ist es wirklich mau. Also auf meinem Schreibtisch ist es auch relativ mau. Ich habe hier externe Boxen stehen, ich habe hier die Beleuchtung stehen, die Kila jetzt in meinem Fall, das Streamnet. Ja. Unter meinem Schreibtisch ist auch ein USB-Strom-Hub, nennen wir es jetzt mal so. Ich glaube, die heißen auch so, oder? Ja, damit ich halt hier direkt auf dem Schreibtisch mehrere Sachen laden kann, mit einer Steckdose. Das war mir auch wichtig. Und ich lade gerade mein Tablet, auf dem ich normalerweise hier Streams laufen lasse, wenn ich mit jemand anderem gerade Doppelstream habe. Okay. Bildschirmhalterung, Lötkolben, Noise. Ein Lötkolben? Das ist doch ein... Finde ich gut. Ist das... Ja, aber das ist doch ein Werkzeug. Pff. Ich habe Enzyklopädie A bis Z als Bildschirmerhöhung. Finde ich gut. Ich mache den Bildschirm schlauer auf jeden Fall. Intelligenteres Bild, würde ich sagen. Erhöhet auf jeden Fall den Intelligenzquotienten deines Bildschirms, ja. Jetzt hast du einen Smart-Bildschirm. Ja, das ist gut, ja. Das stimmt schon. Oh ja, der Snagger. Kennst du den Snagger? Nee, was ist denn der Snagger? Ich habe den gerade nicht hier, sonst könnte ich ihn dir zeigen. Das ist so ein Ding, da kannst du so, ich sag mal, Erdnüsse oder M&Ms und so weiter reinmachen. Dann drückst du oben drauf, den könnte man theoretisch auch 3D drucken. Dann fährt unten sozusagen so eine Klappe raus und du kannst den quasi essen dann, also die Sachen draus essen. Und das Ding ist, dass du halt beim Zocken oder beim Fernsehgucken oder sowas, die halt auch sowas wie Nick-Nacks, wenn du die so mit der Hand anfasst, dann hast du ja so ganz salzige, fettige Finger. Das hättest du dann nicht mehr. Dafür hatte ich vor ein paar Wochen mal eine Promo für die Dinger. Und die Hälfte der Leute im Chat so, oh, das ist ja geil. Und die andere Hälfte im Chat so, was? Ist doch Geldverschwendung. So, was brauchen wir noch nicht? Und ich finde das Ding einfach nur witzig. Was hast du denn für fucking Placements, Alter? Ja, das war so ein Kleinkram nebenbei. Snagger halt. Super. Bebraucht, also ohne Witz, ich stelle mich genau auf diese Position. Das Ding braucht keine Sau. Doch. Aber es ist nice to have. Ja, eben. Es ist nice to have. Wieso habe ich für sowas keinen Placement? Snagger. Hä? Warum melde ich? Ich bin ein fettes Kind, ey. Bei mir ist offensichtlich, dass ich viel esse. Warum habe ich nicht so ein Placement, verdammte Scheiße? Nur blöd bei Chips. Ja, wenn man die klein genug cruncht, dann würde das gehen. Also, um mal eben kurz die Illusion da ein bisschen zu zerstören. So richtig große Brocken passen da nicht rein. Also sowas wie Schokokrossis oder so, das geht nicht. Oder wenn diese kandierten Nüsse dann auch zu dick sind. Wenn das so Haselnussgröße ist, geht auch nicht. Aber alles, was so M&M-Größe hat, roundabout, Nüsse, dies, das, geht alles. Das ist doch cool. Da kannst du dann die blauen M&Ms und so Nicknacks reinmachen. Das ist ein super Kombi. Chad, ich will es jetzt so gar nicht aussprechen, aber ihr klugen Köpfe da draußen. Wir brauchen einen Snagger für Wurst, Banane und diesen ganzen Scheiß. Wir brauchen etwas, was auch Wurst kann. Das wäre geil, Alter. So eine richtig schöne Widerwurst und dann kannst du den immer schön so wegdrücken. So ein Ding brauchen wir. Oder so ein PET-Spender für eine Beefy, weißt du? Ey, wo sind unsere Konstrukteure für einen 3D-Drucker? Jetzt ohne Scheiß, du lachst da drüber. Du lachst da drüber, du weißt gar nicht, wie... Nein, nein, warte, 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 warte. Okay, okay, okay. Es gibt dann, es gibt doch bei den 3D-Druckern, musst du dann noch bei dem Filament wieder unterscheiden zwischen lebensmittelecht und nicht, richtig? Ja, 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 ja. Aber natürlich gibt es dann halt auch lebensmittelechtes Filament, mit dem du diesen Scheiß auch drucken kannst, right? Ja. Ja, easy. Viel Spaß. Wegen Essen meinst du jetzt? Ja, wenn du schon hier mit Wurst und so weiter ankommst. Ey, Mini-Kabanossi, da seh ich, man, da seh ich uns halt auch einfach wieder. Das ist so eine Scheiß-Erfindung, da kannst du dir Jimpanzel, kannst du dir ein Placement mieten für 3,50 Mark und dann hast du das Ding, geht raus. Bin ich dabei, ja. Aber, aber das Mini-Kabanossi ist jetzt, also, ich muss es schon mögen, ne? Ey, oder so ein Schnitzel oder so eine Scheiße, schön reingehäckselt, oder Obst und Gemüse, das mein ich wirklich ernst, ich ess ja auch lieber, ich bin nicht mehr so der Fleisch-Boy, muss ich leider gestehen. Kann ich nicht mehr so gut. Ich bin mehr so der Veggie-Veggie-Vegan-Mehr, glaub ich. Wenn du da Bock drauf hast, ist das dein Ding? Ja. Ich verurteile das nicht. Nee, ich auch nicht. Aber mal, also mal so geht, aber ich mag gerade, ist mir nicht mehr so. Weiß nicht, ich krieg davon immer, vielleicht bin ich einfach alt und mein Magen ist scheiße, aber. Ich hab mir heute auch wieder so einen richtig großen, fetten Salat gemacht, mit allem leckeren Zeug drin. Und ein Hähnchenschnitzel dazu. Also auf einen Burger dann? Nee, war kein Burger, war nur einzeln. Eben schnell, der Opti-Grill ist auch ein Gadget, eben auch ein Opti-Grill geballert, weißt du, easy. Hast du mich mit... Kein Placement. Nee, hast du mich mitgekriegt? Ist geil, oder? Hab ich noch nicht hier. Steht noch oben. Also ich hab ja, ich bin ja gerade am Erwachsenwerden, nenn ich das jetzt mal, und ich hol mir jetzt Erwachsenen-Gadgets in der Wohnung. Und das steht auch ganz oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Liste ist sehr lang. Sehr lang. Sehr gut. Ja. Schön. Reden wir jetzt über Küchen-Gadgets? Bei mir im Chat steht iFixit Toolkit. Äh, ich hab mich lange gewehrt. Äh, ich hab jahrelang, hab ich für Werbung für diese, für dieses iFixit, äh, Werkzeug-Paket gesehen. Und dann hast du auch im Chat die Leute, die sagen so, ah, da gibt's aber viel billerige, wir haben genauso viel Werkzeuge. Und ich hab mir aber das Original iFixit-Teil gekauft. Super. Genauso wie ich einen Proxon-Kasten gekauft hab. Ich hab, als ich in die Lehre gegangen bin, und ich bin auch ein bisschen älter, ich hab mir diesen kleinen Proxon-Kasten geholt. mit, mit einer Knarre, mit ein paar Nüssen, mit einer Aufsitze und so weiter. Ich hab den heute noch. Der ist super. Das ist bei einer der besten Entscheidungen, das ist jetzt natürlich auch wieder Werkzeug, ne, eine der besten Entscheidungen ever. Wie, was ist ein Prolo? Proxon. Das ist eine Marke. Die, die machen so Werkzeug. Kennst du den? Ne. Ah. Ne, ja, ah, okay. Ja, ich seh grad. Also, ich hab hier den kleinen Proxon-Kasten. Ich kenn den halt, ob sich diese Autowerkstatt, weißt du? Ja, du hast einen Ratschen-Kasten, oder? Genau, genau, genau. Das ist ein Ratschen-Kasten im weitesten Sinne. Und der ist magnetisch, ne? Äh, nee. Na, den ist der scheiße. I don't, I don't think it's magnetic. Aber den, den hab ich, seitdem ich, also, und ich hab damals noch gedacht so, ah, ich weiß nicht, der kostet schon ein bisschen Geld, mhm, soll ich das machen? Und dann, jedes Mal, wenn ich den raushole, weil ich, okay, das klingt jetzt falsch, aber jedes Mal, wenn ich ihn raushole, es, 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 es lohnt sich, es, es lohnt sich, ja? Also, wenn ich eins gelernt hab über die Jahre, man sollte bei Werkzeug nicht unbedingt sparen. Also, es gibt so ein gesundes Mittelmaß zwischen, ist schon fucking viel zu teuer und ist billig scheiße. Und wenn ich eins nicht mehr mache, ist es beim Werkzeug sparen. Also, du würdest jetzt in den Baumarkt gehen und nicht gerade den Angebotsbilligkrempel, der vor der Kasse steht, kaufen, wenn du Werkzeug brauchst. Aber du musst jetzt auch nicht in die Fest-Tol-Es-soll-30-Jahre-Halten-Region gehen, oder? Nee. Okay. Versteh ich. Find ich gut. Also, ich merk das, ich hab so ne hässliche Ratsche. Ey, ähm, Sieg, dankeschön, dass du mir den Werkzeugkoffer geschenkt hast, ne? Aber diese verfickte Ratsche ist nicht magnetisch. Und die ganzen verfickten Scheißbits fallen da immer raus. Und das macht mich verdammte Scheiße wahnsinnig. Oh, nee, pass auf, das ist zwar nicht magnetisch hier, aber ich sag mal so, die haben hier so ne, siehst du diese kleine, diesen kleinen Bumpel da? Ja, ja, ja. Das ist, das ist sowas von, das ist sowas von fest. Ja, ich weiß. Also, ich hab das, ich hab das noch nie gehabt, dass hier einer so aufgegeben hat, ja? Ja, das passiert da auch nicht. Aber ich hab nen, ich hab so nen Bit drauf und dann, äh, nen Aufsatz und dann ein Bit da drinnen. Und der Bit fällt immer raus, weil das nicht magnetisch ist. Und ich hab aber auch einen Makita-Schraubenzieher mit Bit-Funktion und der, der ist magnetisch und da fällt das nicht raus. Ja, das Ding muss ich mir auch irgendwann nochmal zulegen. Aber, um ehrlich zu sein, das hier ist halt mehr so Feinwerkzeug, ne, für PC, dies, das und auch sehr, sehr kleine, äh, Aufsätze und im Prinzip ist da alles einmal drin, einmal hin, alles drin. Hast du gerade Feinwerkzeug gesagt? Warst du schon mal mit dem, warst du schon mal mit dem, warst du schon mal mit dem Akkuschrauber in deinem PC? Ja, schon öfter. Da siehst du, warum brauchst du Feinwerkzeug, wenn du da mit Großen reingehen kannst, für große Jungs. Weil, du hörst mir nicht zu, weil, weil hier wirklich super feine Aufsätze dabei sind. Da kannst du halt auch mal so an, an so ein Tablet oder ein Handy mit dran gehen. Ich weiß, ich hab nur noch Spaß gemacht, Mann. Ja, ich merke das nicht, ich bin da ein bisschen... Ich hab kein Feinwerkzeug, das muss ich mir noch zulegen. Entschuldigung. Ich wollte... Okay. Aber du hast, du hast ja auch schon sehr, sehr früh angefangen, äh, wo du gerade sagst, du hast so, äh, drinnen zu, zu, äh, mit der Stichsäge zu arbeiten. Weil, ich weiß auch, dass du damals deinen Tisch und dein, dein ganzes Ding da aufgebaut hast und du hast dann immer... Hattest du nicht sogar so einen Abluftschlauch an den Staubsauger dran gemacht? Dass die, dass die, äh, das von der, von der Stichsäge, die sofort von dem Staubsauger abgesaugt werden und so weiter? Ja. Da hab ich echt gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Für diesen einen Schnitt mal eben kurz, das ist doch Quatsch, das brauchst du doch nicht. Aber, ich muss dir sagen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, würde ich es auch machen. Ja, ich war letztes Jahr, äh, mit einem Kumpel und hab einen Computer gebaut, ne? In, in, in der vollwertigen Werkstatt. Also wirklich in der voll, vollwertigen Werkstatt. Ich möchte nie wieder wirklich, und das schon immer, und ich bin so froh, dass ich das jetzt machen kann. Ich will einfach eine Werkstatt haben. Ich hab so kein, ich hab so kein Bock mehr, mit einer hässlichen Scheiß-Stichsäge in meiner Wohnung irgendwas zu machen. Weil das einfach überhaupt nicht geil ist. Auch dieses, da kommt auch kein Feeling auf, wenn du Scheiße in deiner Wohnung irgendwas baust und bohren und diese ganze Kacke, das regt mich richtig auf. Ich will eine Werkstatt haben. Und wenn ich irgendwann ein Haus habe, dann hab ich eine eigene, verfickte Werkstatt. Hab ich. Weil ich da keinen Bock mehr drauf hab. Und ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder so, aber das regt mich auf. Weißt du, was mich noch viel mehr aufregt? So eine Abstellkammer, wo du immer drin rumwühlen musst und dann suchst du den verfickten Bit und dies und das und Ananas und du hast aber gar nicht den Platz, irgendwo an der Wand zu hängen. Und wenn eine Werkstatt da ist, machst du die Tür auf, guckst an der Wand, das brauche ich, nimmst du ja draußen, dann gehst du einfach wieder weg. Und nicht mit das auspacken und dies und das und die Packung aufmachen und da ist das Ladegerät drin und das und dies. Oh, das regt mich auf. Da könnte ich kotzen, könnte ich ja. Ich versteh dich, ich fühle das. Nur ist das natürlich auch mit gewissen Kosten verbunden. Du musst ja auch erstmal eine Werkstatt leisten können. Ja, die... Du musst den Raum dafür haben. Ich hab ja eine Garage. Hm? Für mich alleine. Stimmt schon, ja. Und da ich jetzt keinen Abstellraum mehr brauch, da ich beim Umzug ausgeräumt habe, sehr ausgeräumt habe, also extrem ausgeräumt habe, besitze ich jetzt eigentlich eine leere Garage. Ich wollte da erst ein Fitnessgerät schaften, reinbauen, dann mach ich mir, ach scheiß, der braucht eh keine Sau. Für die einmal im Jahr Werkstatt es ist. Aber ich sag's dir ja so, wie es ist, ne? Ich krieg schon bei dem Gedanken, eine ordentliche Tischsäge zu haben, ne? Och, Brudi. Die Möglichkeiten. Also wirklich, wenn du dir diesen, den Alex anschaust, der da quasi, was ich dir vorhin geschickt habe, also wieder mit einfachen Tools, also mit einer vernünftigen Säge und ein bisschen MDF, was der sich da Geiles baut, und das dauert halt wirklich nicht lange. Also wir reden da jetzt nicht davon, dass das irgendwie 300 Jahre dauert, ne? Das ist einfach so 10 von fucking 10, dir Sachen herzustellen. Also erstmal Upcycling zu machen, dass du Dinge benutzt, die du halt schon da hast, und dann einfach noch deine eigene Note da reinmachst, da geht mir einer ab, sag ich dir. Hm. Verstehe ich, ja. Verstehe ich. Fühle ich. Fühle ich halt. Ich kann dir gerade am Beispiel Tischkreissäge sagen, braucht viel Platz, geht sehr viel Geld rein, auch wenn du sie gebraucht kriegst, und du kannst dir Sägeblätter so schnell kaputt oder stumpf machen, das freut den Chef. Oh, hast du das schon ausprobiert oder was? Wir haben früher in der Werkstatt, wir hatten so eine alte, ich nenne sie jetzt mal Industrie-Tischkreissäge, und wir hatten noch so eine normale, so aus dem Baumarkt eine etwas teurere. Und wir hatten, für Acrylglas haben wir Sägeblätter benutzt, die wir für nichts anderes benutzt haben, weil das ja ein relativ weicher Werkstoff ist, und dann so Standard-Dinger, ne? Und wenn der Chef dann selber gesägt hat und hat dann vergessen, das zu wechseln, auf die markierten Acrylglas-Dinger, die drin waren, ne? Das, ja, fand er dann nicht so gut. Ich meine, so Sägeblätter kosten jetzt nicht die Welt. Ja, aber trotzdem ist es kacke. Egal, lass uns, lass uns nochmal weitermachen. Ich hab hier dummerweise dieses Video offen von diesem Building the Ultimate Assortment Cabinet, also sprich mit den ganzen tausend kleinen Fächern und Dingern von dem Typen, und ich möchte mir das mal angucken. Kannst du ja gleich mit Chat machen. Ja. Du wirst, Alex, ich sag dir, es wird ein langer Abend. Vor allen Dingen ist er ja, ist ein super netter Typ und bringt da, ist gut, ist gut, ist gut, ist sehr schön. Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich bin absolut kein Gartentyp, so, ne? Also wenn ich einen Garten hätte, würde ich da wahrscheinlich dreimal im Jahr drin liegen, bisschen Sonne tanken und das wär's. Oder vielleicht zehnmal, ja? Ich will es nicht untertreiben. Ja. Aber was ich super geil finde, ich hab mir so zwei, drei, vier, fünf Videos angeschaut zum Thema Gartenroboter, dass die so ein Hochbeet vollautomatisch wässern und alles machen und so, ne? Unkraut jäten und so'n Scheiß. Ich finde das so geil. Ich hätte das alleine nur aus der technischen Sicht, dass der sich so um meinen Salat kümmert, fände ich super. Also nur so ein Ding bauen und dann machen lassen, ne? Fände ich, also der Gedanke daran, den finde ich schon geil. Ich hab keinen Platz dafür, ich hab nicht die Möglichkeiten dazu, aber es gibt solche Projekte und hätte ich Bock drauf. Wirklich. Es gibt so abgespacede Menschen auf YouTube, die dir so, also wirklich so simpel Dinge zeigen, die so abgefahren sind. Also was ich schon an Holzarbeiten bei Menschen gesehen habe, die, also, also der Typ, den ich dir geschickt hab, der hat sich eine scheiß Elektrorolle aus dem Akkuschrauber gebaut. Mit 3D-Druck und Holz. Was? Ja. Eine Elektrorolle aus dem Akkuschrauber? Ja. Hat der überhaupt so viel Power? Alter, der hat da, aber was meinst du, was der abgeht, das Ding? Das glaub ich dir, ja. Da dreht das Rad vorne durch, so hart ist der. Ey, ich hab ohne Scheiß, ich hab mir das angeguckt und dann sagt er so, ja, mein, mein, also wenn er in der Werkstatt ist, ich muss immer 500 Meter gehen bis zum Konsum und das wird irgendwann langweilig, hat er gesagt. Also er geht gerne, aber es wird langweilig. Und dann hat er gesagt, ich brauch mir eine Elektrorolle. Und dann hat er sich ein altes Skateboard genommen, hat das quasi, hat die Teile, die er braucht, um Räder und sowas zu befestigen, hat er 3D gedruckt und dann hat er gesagt, na ja, bevor wir uns jetzt einen teuren Motor kaufen, in der Werkstatt sind sowieso Akkuschrauber, hat er seinen Akkuschrauber da reingehängt, hat einen Mechanismus gebaut, dass er damit Gas geben kann und der ist dann der Motor und dann fährt er da hin und dann bringt er seinen Akkuschrauber wieder mit und so fährt er erst noch hin. Und das ist einfach so abgefahrene Scheiße. Und ganz ehrlich, in meiner Freizeit tüftel ich auch immer so viel rum und ich hätte so Bock, das zu machen, aber ich hab halt einfach gar keinen scheiß Bock, in meiner dreckigen Wohnung das zu machen, weil es halt alles, also nicht dreckige Wohnung, aber es wird halt immer alles dreckig. Das Video bei ihm heißt DIY Drill Powered Electric Scooter with 3D Printed, was auch immer. Ich seh das Video gerade, ja. Viel Spaß. Ich seh das Video gerade. Danke. Viel Spaß. Danke. Ja. Die Windgeräusche kommen von mir. Ich hab hier so einen Ventilator drunter, der bläst mir gerade ein. Also im wahrsten Sinne des Wortes, direkt in den Schritt rein. Also der Monoblock hinter mir steht so weit weg, wir haben das vorhin ausprobiert. Das Mikro ist von den Noise Gate und so weiter so eingestellt, dass man, selbst wenn der auf Vollpower läuft, hört man den gar nicht. Und wenn man redet, kann man sich einbilden, dass man ein bisschen was hört, aber dynamisches Mikrofon, du kennst es, das ist da sehr gut darin, diese Geräusche nicht aufzunehmen und der steht, wie gesagt, jetzt hier auf der anderen Seite vom Zimmer. Und ja, es ist hier angenehm temperiert dafür, dass es draußen gerade über 30 Grad sein soll. Ja, ja. Schön, schön, schön. Dann hast du wohl gut gebaut. Ja, ich hab das heute nur auf die Schnelle, eben hinten den Durchgang da rein professioniert, sozusagen. Ich muss jetzt nochmal ein gescheites Brett, eine gescheite Platte besorgen, damit die da richtig reinpasst, aber ja. Kommt da, also ich frag mich gerade, wie hast du das denn, also ich kann mir das bildlich nicht vorstellen. Ist das ein Fenster zum so aufmachen, ankippen oder hoch und runter? Oben ist ein Fenster zum ganz normal öffnen, ankippen und das volle Programm und unten ist quasi nochmal, also unter, das sind zwei Fenster, die man so aufmachen kann. Ja. Und da drunter sind nochmal zwei Fenster, aber die sind halt von der Höhe her geringer. Die kann man aber auch so öffnen. Und da hab ich das untere Fenster halt nicht gekippt, sondern also komplett aufgemacht und hab da dann noch, ich hatte noch so eine Holzplatte, die wie gesagt so daumendick ist und die hab ich da reingesetzt. So, und jetzt ist diese Platte aber dummerweise nicht breit genug. Und da war dann noch so eine Schlauchdurchführung mit dabei, so eine Variable und die haben wir jetzt hochkant da reingezogen und haben die einfach nur provisorisch da reingeklemmt. Selbst das ist schon echt gut im Vergleich zu dem, was ich vorheriges Jahr hatte, aber ich besorge jetzt einfach nochmal zwei Platten für einmal für das linke Fenster und rechte Fenster, damit das halt auch blickdicht ist und alles. Schon gut. Schon gut. Und dann gibt's, ich wusste nicht, dass es da einen Glaubenskrieg gibt. Es gibt ein sogenanntes Zweischlauchsystem für solche Monoblöcke, wo die einen Leute sagen, nein, das ist nicht gut für die Geräte und für den Stromverbrauch und es wird wärmer und verbraucht mehr Strom und ist kacke. Und die anderen, die sagen, ja, beim Zweischlauchsystem saugst du halt Luft von außen an, auch wenn sie warm ist, aber bei einem Einschlauchsystem würde ja da quasi die Raumluft angesaugt werden. Dadurch entsteht ein kleiner Unterdruck im Raum, weswegen von außen durch diverse Öffnungen, Schlitze, dies, das, wiederum Außenluft angesaugt werden würde und die ganze Wohnung dadurch auch wärmer wird. So, und ich wusste nicht, dass da so ein kleiner Krieg herrscht zwischen diesen beiden Parteien, aber am Ende, ich würde das ganz gerne mal ausprobieren und meine eigenen Schlüsse ziehen, weil ich denke, da gibt's kein richtig und falsch, da gibt es nur die eine Anwendungsmöglichkeit und den einen Monoblock, der das eher nicht kann und der andere, bei dem es vielleicht funktioniert. Also, ja, ich hab ein Messgerät hier, wir haben einen Temperaturfühler hier, wir können vielleicht sogar nochmal einen Raumthermometer aufhängen oder sowas, ja, also da hätte ich schon Bock drauf, das mal auszuprobieren. Ja, gut. Wir haben uns im Stream ein Video angeschaut von einem Typen, der sehr davon überzeugt war, dass es nicht funktioniert und er hat im Prinzip 30 Minuten lang nur geschimpft, dass das scheiße ist und er wollte Recht behalten. Also, ich sag's mal so, egal wie du diese Gerätschaft dort verbaust, also selbst die Lösung, die du hast, die schon sehr gut ist, ja, also die wirklich gut ist, ist das immer noch absolute Stromverschwendung hoch zwölf, so ein Ding zu benutzen. Klar. Weil eine richtige Klimaanlage, also kann ich sagen, also hab ja selber eine richtige jetzt benutzt jahrelang, das ist kein Vergleich, also das macht da zwei, drei Grad und das war's, also im Endeffekt scheuerst du da einfach nur Strom. Ja klar, also eine richtige Klimaanlage ist quasi in deinen Worten ein Splitgerät, wo du den Kompressor außen hast, dann hast du zwei Löcher, die quasi da den Kühlkreislauf durchführen nach drinnen und du hast drinnen sozusagen nur noch den Ventilator, einen Umweltsventilator oder was auch immer, der dann quasi die kühle Luft, in Anführungszeichen, durch den Kühlwasserkreislauf produziert, der von außen kommt. Das hab ich in meiner vorletzten Wohnung auch gehabt, durfte ich mir einbauen, hab den Vermieter gefragt, war das kein Problem, aber hier in der Wohnung wär das, nee, no bueno. Also, ich dürfte, ich könnte den Vermieter wahrscheinlich fragen, aber alleine das Zurückbauen danach, kein Bock drauf. Warum, das dauert nicht lange. Also, ich würde das jederzeit, also ich sag mal so, das braucht nicht jeder, also hier bräuchte ich es jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch nicht. Also, es ist warm, ja, und es ist auch draußen sehr warm, aber hier drin ist wirklich spitzi. So, aber wenn du wirklich, also ich bin in Berlin, da hatte ich 46 Grad zu Hochzeiten im Büro und da sagst du halt einfach, also auch mit zwei Klimageräten an, by the way, 46 trotzdem. So, und, ja, ich bin da fast gestorben drin, also wirklich jetzt, legit. Ich hab am, ich glaub, ich hab den Tag sechs Flaschen Wasser gesoffen oder so, ich hab immer noch gedacht, ich bin dehydriert. Also, das ist... Kamen die 46 Grad jetzt durch die ganze Hardware, die da in Betrieb war, oder... Ja. Das ist echt ne Menge. Das ist viel, ja. Na, es ist halt unterm Dach, nicht vernünftig isoliert und dann bist du halt am Arsch. So. Und, äh, am Ende des Tages ist das halt, du kriegst das mit den Geräten da nicht hin. Ich mein, manche Leute dürfen das nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, warum Vermieter das nicht zulassen. Ja, weil die Angst um ihre Immobilien haben. Ja, wenn du da vernünftig jemanden kommen lässt, der macht das schon, also vernünftig. Ja, der sollte es ordentlich machen, aber das ist genauso wie, als Beispiel vielleicht, wenn du zum Beispiel eine Glasfaseranschluss gelegt bekommst, ne, dann kommt auch ein Techniker vorbei und der bohrt normalerweise unter der Grasnarbe, äh, macht der einen Mauerdurchbruch und der sollte eigentlich ordentlich gescheit versiegelt werden. Aber, ja, Teufel ist ein Eichhörnchen, manchmal klappt das halt nicht so gut und dann hast du die Suppe, äh, da drin und dann fängt's halt an zu gammeln. Ist nicht geil. Und bei so einem, wenn du durch die Isolierung bohren musst, also wenn du einen Wanddurchbruch machen musst und du hast halt nicht einfach nur eine Mauerwand, sondern halt Isolierung etc. mit dabei, so, ja, das birgt immer gewisse Risiken. Also ein Handwerker kann das natürlich gescheit machen, aber ein Hausbesitzer wird sich immer denken, ah, wieso soll ich dem das erlauben? Ist ja mein Haus. Weil es eine Aufwertung der Immobilie ist, weil, also selbst heute, also heute, in der heutigen Zeit ist es nun mal so, dass es auch einfach mal ein bisschen wärmer wird in unseren breiten Graden und Wohnungen halt immer noch nicht so gut isoliert sind. Also nicht alle. Also hier drinnen, also wirklich, meine Vermieter haben gesagt, die sitzen im Sommer auf der Couch und müssen eine Decke tragen. Ohne Klimaanlage. Ich hab gelacht. Hab ich noch nie gehabt. Also ich wohne ja jetzt seit 13, 15, 15 Jahren alleine. Und ich hab noch nie eine Wohnung gehabt, die so fucking kalt ist, obwohl draußen 30 Grad sind. Noch nie. Noch nie in meinem Leben. Ich hab kalte Füße gerade. Ich hab wirklich, ich hab kalte Füße hier drin und heute waren schon drei Rechner an hier drin. Das ist einfach total Banane. So, bei dem ist das, bei dem ist das klar, wenn der mir sagt, der will kein Loch in der Wand haben, weil die fucking Isolierung, die hier drum ist, war glaube ich fucking sehr teuer. Also da würde ich auch niemals in eine Wand reinhämmern. Never ever. Nie. Also das wäre ja dumm. Also ich hab damals eine Klimaanlage gehabt, ich kam gerade nicht drauf, was die gekostet hat. Die hab ich mir aus dem Baumarktangebotspreis geholt. Irgendwie 300, 400 Euro, so Pi mal Auge, ein Splitgerät. Und das war ein riesengroßer Unterschied. Also der Lüfter hätte wahrscheinlich ein bisschen leiser gekonnt bei einer höheren, hochwertigeren Anlage. Den Einbau hat mir, also der Bruder von einem Kumpel von mir war damals im Gaswasserscheiße-Business mit ganz vielen Scheinen im Klimabereich, keine Ahnung was drin. Und der hat das wirklich ordentlich gemacht. Also der hat das wirklich ordentlich gemacht. Und der hat das nachher auch wieder auseinandergebaut, weil als ich ausgezogen bin, hat mein Nachmieter gesagt, nee, nee, das Loch kann ich drin lassen, er macht da was selber, aber er möchte mir jetzt nicht noch die, ich glaub, 150 Euro für die Klimaanlage bezahlen. Zwei Jahre altes Gerät. Hab ich gesagt, okay, ja, dann verkaufe ich die an jemand anderen. Der hat, die kam vorbei, hat die auseinandergerissen und ich weiß, dass sie bei ihm dann noch zwei Jahre in der Werkstatt rumlag, ohne Stopfen drin. Also das Ding wird wahrscheinlich komplett kaputt gewesen sein. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und also ich bin da auch ein großer Freund davon, aber ja. Also hier speziell in der Wohnung würde ich jetzt nicht fragen. So, und ich kenn das noch aus meinem Elternhaus. Im Erdgeschoss, das ist so ein Bau aus den, ich glaub, ich weiß nicht, wann die gebaut haben, ne? Also 60er, 70er Jahren muss das wahrscheinlich gewesen sein und so. Im Erdgeschoss, selbst wenn's draußen ein paar Wochen lang richtig 30 Grad war, Erdgeschoss war nie stickig. Gar nicht, null. Aber obere Etage, da bist du kaputt gegangen. Die oberen Etage, da bist du nach oben gegangen und das war so wie, keine Ahnung, ein Klimawechsel so, oder? Ganz schlimm. Hab ich aber hier auch. Also wenn du hier ins Büro reingehst, denkst du, du bist einfach eine scheiß Tropen. Kein Witz. Draußen geht Tropen. Da ist es richtig abgefahren. Da ist es richtig abgefahren, ja. Aber diese ganzen Klimageräte, mich ärgert das halt immer, weil ich früher, also es ist wirklich so, da kannst du dir einen Ventilator hinstellen, weil der verbraucht weniger Strom und erzeugt mehr im Endeffekt. Das ist halt echt. Unsere Sommer, ich weiß nicht, ob unsere Sommer da ein bisschen döller geworden sind. Ich glaube, bei uns ist es ja einfach nur der Fall, durch die ganze Technik hitzt das halt einfach auf, ne? Also hätte ich das jetzt nicht, würde ich da auch nicht drüber nachdenken. Ich hab bei meinem Single-PC gerade vorhin mal mit meinem neuen Gadget gemessen. Also hinten kommen bei mir ungefähr so 40 Grad hinten rausgeballert, so roundabout, ne? Okay. Und das halt permanent, solange du live bist. Bei einem PC, alle Monitore werden irgendwie ein bisschen Wärme produzieren. Also das ist schon nicht wenig, ne? Wenn ich jetzt bei dir darüber nachdenke, du hast ein paar mehr Computer da stehen, das heizt den Raum schon merklich auf, ne? Ja, kannst du am Abend kein Spiegeleier an der Wand machen. Und das kriegst du dann ja auch irgendwann nicht mehr raus. Also wenn die Bude wirklich gut isoliert ist, kriegst du die Scheiße halt nicht mehr weg. Geht nicht. Das ist crazy. Und da sind wir wieder bei dem Thema Passivhaus. Das muss nicht mal ein Passivhaus sein, aber wenn du eine wirkliche Lüftung in deinem Raum hast, in deinem Haus hast. Ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland, Europa allgemein, ist das gar nicht so ein Ding. Aber ich kann mir das wirklich gut vorstellen, alleine, dass die Luft bewegt wird und nicht in dem Raum steht, muss ja zwangsläufig was passieren. Ja, die Luft bewegt sich ja so oder so, weil die warme Luft, ne, die kalte Luft verdrängt die warme Luft oder andersrum? Die warme Luft sollte physikalisch gesehen immer aufsteigen und sich oben sammeln. Genau. Und ja, am Ende des Tages ist es aber trotzdem scheiße, dass man gerade im Sommer bei heißen Temperaturen halt dazu neigt, weniger zu lüften, auch weil man halt eben die heiße Luft nicht drin haben will, aber dadurch dann drinnen halt eine deutlich schlechtere Luftqualität ist. Also weniger Sauerstoff, die ist das. Ja. Richtig blöd. Richtig blöd. Ja, ne, ohne Scheiß, wenn ich mit meinem eigenes Haus zusammenklicken könnte, dann wäre so ne aktive Lüftung, also ne komplette Lüftung im gesamten Haus, ähm, wäre da auf jeden Fall drin, in irgendeiner Art und Weise, dass man ne gewisse Umluft halt immer hat. Das muss nicht unbedingt ein Passivhaus sein, das wäre wirklich so der letzte Traum dann, ne, dass du halt mit sehr geringem Energiebedarf das Haus das ganze Jahr über quasi versorgen kannst, äh, plus auch so ne aktive Kühlung dann, wenn's notwendig ist, aber, ja, ist weit weg, ne? Ja, da musst du noch ein paar Jahre für arbeiten, mein Freund. In dem Fall sogar ein paar mehr als ein paar Jahre. Häuser kosten Geld. Ja. Ja, das dauert jetzt noch ein Jahr, zwei Jahre, dann platzt die Bubble da und dann sieht das wieder ganz anders aus. So lange dauert das nicht mehr, glaube ich. Welche Bubble meinst du? Die Immobilien-Bubble. Die was-Bubble? Die Immobilien-Bubble. Ach so, die Immobilien-Bubble, ja, 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 ne, ich, na, gerade auf dem anderen Pferd. Ja, muss man auch ein bisschen beobachten das Ganze und dann mal schauen. Einfach einen alten Bunker kaufen, das sollte auch kühl sein im Sommer. Schlecht ist die Idee nicht, nur dass Tageslicht eigentlich immer sehr gut ist für den Menschen. Ich wollt's grad sagen, also, für ein Thema Kühle im Sommer ist das vielleicht cool, aber ich mag Sonne auch ganz gerne ab und zu. Ja, ab und an mal so ein bisschen Tageslicht wär schon nicht schlecht so, also, da freut sich das Herz, glaube ich. Ja. Ja, aber so, also, wenn wir jetzt schon davon reden, also, ich hätte auch gern, äh, ich hätte auch gern Solar auf dem Dach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, für mich selber auch. Und, äh, wie heißen die, wie heißen diese Wärmepumpen? Und ein Brunski. Wärmepumpen. Und ein Brunski, also, so autark, wie's geht und so vernünftig, wie's geht. Also, viel, also, wenn's auch geht, so mit Wasserfilter und so'n Scheiß, dass nicht, äh, dass nicht alles immer so nur Abwasser ist, sondern dass man das halt auch nochmal vernünftig benutzen kann und aufwertet. Halt weniger verschwenderisch bauen. Sagte er und will ein neues Haus bauen. Papa. Dann bist du, dann bist du aber automatisch bei hoher Investition mit dem Risiko, dass, wenn ein paar Sachen kaputt gehen, du noch mehr drauf zahlst und es dich am Ende autark hin oder her, äh, ne Menge Geld kostet, ne? Das ist halt richtig. Und ich bin in dem Thema nicht drin. Ja, du, denn ist halt alles teuer am Ende, weißt du? Also, da ist, also, am Ende, am Ende, ob du dich nur, äh, denn, denn, das Problem ist halt einfach, dass das nicht vernünftig subventioniert wird und du halt dafür auch noch einen auf die Schnauze kriegst, wenn du so denkst und brauchst. Also, Solar geht mittlerweile, das wird subventioniert, aber auch nicht mehr in so einem großen Umfang. Aber all die anderen Sachen, ja, da bist du halt, äh, gefickiet, ne? Du bist doch, also, jetzt an die Häuserbauer unter euch, ähm, man, 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 man muss doch irgendwas mittlerweile bei einem Neubau machen, ne? Ob das dann so ein Wärmetauscher auf dem Dach ist, bei dem du, äh, deinen Heizwasserkreislauf oder deinen Warmwasserkreislauf mit, mit, mit unterstützt oder eine Photovoltaikanlage, richtig? Also, das war so mein letzter Stand, dass man, dass man da sozusagen sogar verpflichtet wird, zumindest einen kleinen Teil zu machen. Und diese Wärmetauschdinger finde ich super. Selbst, selbst wenn du, wenn es eine kältere Jahreszeit ist oder sowas, hast du eine gewisse Unterstützung von dem, von dem Kreislauf. Das heißt, du brauchst insgesamt weniger Energie. Finde ich super. Das weiß ich nicht, da kann ich, also da, so weit stecke ich da nicht drin, in dem Thema. Als Tipp, kauft euch niemals ein denkmalgeschützes Haus. Ich wäre, also jetzt mal ohne Spaß, ich, ich würde, ich würde, ich würde niemals, auch, auch wenn ich so Fachwerkhäuser ganz cool finde oder so, ne? Aber das erste Mal ist mit solchen alten Häusern alles krumm und schief. Es gibt keine geraden Wände, Stellen, Ecken. Wir haben damals mal so einen Altbau gehabt in unserer, die Werbefirma, in der ich gewesen bin. Das war ein Albtraum. Wenn du da was gerade aufgegangen hast, sah es schief aus. Wenn du es angepasst hast, sah es auch schief aus. Katastrophe. Und wenn ich mir überlegen würde, das wäre ein denkmalgeschütztes Haus, wo du an gewissen Wänden nicht mal dran darfst, so. Geht gar nicht. Kannst du dich wirklich einsperren. Ja. Würde ich auch nicht machen. Hausbauen. Ich bin ganz ehrlich, vom Hausbauen bin ich sehr weit entfernt. Ich habe kein Interesse mehr, mal irgendwann ein Haus zu bauen oder sowas. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich rackere mir ja echt schon den Buckel krumm. Aber das ist in unseren Breitengraden einfach so ex-orbitant fucking teuer. Und ich bin halt so ein Mensch, weißt du, Alex, ich würde sehr gerne, also das ist auch immer noch mein großes Ziel. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Aber ich würde echt gerne, und das ist mein großes Ziel hingehen, war auf den Tisch das Geld legen und sagen, bau das Haus und dann habe ich meine Ruhe. Das ist mein großes Ziel. Das würde ich sehr gerne machen, obwohl es eigentlich investitionstechnisch total dämlich ist. Aber das ist so das größte Ziel, was ich gerne machen wollen würde, zu einer Baufirma zu gehen, das auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier, bau das Haus. Jetzt. Okay, ja, respektiere ich, finde ich super. Aber ich glaube nur, dass die Vorstellung, dass das das Problem löst oder den Haus baut, ich glaube, dann fängt das Problem erst an. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der ein Haus gebaut hat, bei dem alles einfach nur geklappt hat, auch wenn er mehr hingelegt hat. Oder reden wir da gerade über zwei verschiedene Sachen? Nee. Das ist okay. Also, es wird schon eine Plus-Summe da liegen. Das Problem, also das Ding ist ja, ich mache, ich lasse ja, wenn, also wenn ich mir ein Haus baue, dann lasse ich das ja von Menschen bauen, wo ich weiß, wo das Geld hingeht. Das ist ja schon mal Nummer eins. Also, Vettern, Wirtschaft, Bau. Weil ich will ja, dass Freunde oder Menschen, die mir wichtig sind, die die Knete verdienen, dass das auch genau da hingeht. Und dann bezahlt es ja sowieso erstmal immer schon immer mehr. Also, ich zumindest. Und dann weiß ich aber auch, dass das funktioniert. Wenn ich Gas, Wasser scheiße, Elektrik oder, also ich kenne ja überall irgendwen. Und genau auf die wird das Geld aufgeteilt und dann wird es auch ein bisschen mehr. Und dann kannst du sagen, so, du kriegst das oder du kriegst das. Also, wenn ich zum Beispiel Elektrik haben möchte, weiß ich, dass ich hier bei Sali ihren Mann frage, also Stefan und sage, Stefan, du pass auf, ich lege dir das Geld auf den Tisch, machst du mir das Haus? Und dann läuft es. Und bei Gas, Wasser, Scheiße, den ganzen anderen Sachen, handhabe ich das eigentlich auch so, dass ich natürlich da an Menschen denke, die mir halt ein bisschen wichtiger sind und die kriegen dann natürlich auch ordentliches Geld dazu. Und da kannst du das natürlich bar machen. Also, du kannst das auf den Tisch legen und dann läuft der Hase. Gewusst wie? Also, eine Baufirma kenne ich auch schon. Jetzt stell dir mal vor, den Worst Case, irgendwas klappt mit der Elektrik nicht und der ganze Bauverzieher hört sich nur wegen der Elektrik. Dann dürfte sich Sali bei dir im Channel nicht mehr blicken lassen. Nö, da habe ich ja gar kein Problem hin. Ich bin ja realistisch. Das ist ja, kann ja alles passieren. Bei Elektrik ist sowieso baggert, das Haus mit Elektrik verlegen, das wird richtig fancy. Also, da kommt ja überall alles hin. Also, da ist schon, da sind selbst die HDMI-Kabeln in der Wand eingelassen, in meinem Haus. Also, ist ja nicht so, als hätte ich mir darüber nicht schon mal Gedanken gemacht. Aber da ist nichts mehr mit Kabelkanälen irgendwo hin oder sonst irgendein Scheiß. Deswegen wird auch von Anfang an smart. Da gibt es auch gar keine Diskussion drüber. Also, ich weiß, wie teuer das ist. Ich weiß das. Aber ich möchte auch nicht unten drunter rausgehen. Weil das ist mein, das ist so das einzige, mein einziger Wunsch und Ziel, was ich mir gesetzt habe, was für mich eigentlich völlig unrealistisch ist, aber ich das für realistisch halte. Weil zum Beispiel die Autos, die ich gerne fahren würde, die kaufe ich, werde ich mir niemals kaufen. Habe ich für mich festgelegt, dass ich mir die niemals kaufen werde. Aber so ein Ding, das gönne ich mir. Und wenn ich kurz, kurz bevor ich in den Holzkasten reinhüpfe und das irgendwem vermache, aber bis dahin habe ich das geschafft. So ein Haus. Mit meinen Wünschen. Schönes Ziel. Ja. Punkt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Da sehe ich mich. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, du, wirst du. Euch allen einen schönen Abend. Einfach mal ein C-Rohr als Leerrohr legen. Was ist, Terror? Ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein, äh, Feuerwehr, Feuerwehrschlauch, weißt du, das ist dann eher so ein Ding, weißt du. Ja, würde ich fühlen halt. Also, jetzt ohne Scheiß, würde ich fühlen. Sag das mal, äh, sag das mal dem, äh, dem, dem Architekten oder dem Statiker. Ich glaube, der hat da noch ein Wort mitzureden. Ich war letztens, ich war letztens in so einem Haus drinne, Jim, und hab das mal gesehen, da hat jemand, äh, wirklich auch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, weil das war einfach so eine Doppelgarage mit Werkstatt drin. und das war einfach so geil, das Ding. Mit, also, mit Staubsauger steht im Keller und du kannst überall so ran und lahndosen und, ey, ich bin einfach so, das ist einfach so geil. Das ist einfach die geilste Scheiße, die es gibt. Haben wir da schon drüber geredet, die, also, dieser, dieser, äh, Haus, wie heißt das, Zentralsauger. Ja, haben wir. Ja, weiß ich nicht, das fühle ich jetzt nicht so. Also, du hast dann, hast dann in jedem, in jedem Raum eine Dose und kannst dann mit einem Schlauch drangehen und alles wegsaugen, so. Ja, okay, ich verstehe das, du findest das cool, ich bin da nicht so drin. Aber, aber so bei anderen Sachen, du musst ja heute, in Anführungszeichen, schon Glück haben, dass, dass du Netzwerksteckdosen in deinem, in deinem Raum hast, wenn du irgendwo einziehst, richtig? Das ist, das ist so, pfff, warum? Ja, also, 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 ich bin, ich bin da auch, ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich glaube, dass, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass so das Verständnis von Leuten halt nachrückt und nachschiebt und wenn du heute was baust, dann sollte eigentlich jeder Häuserbauer schon so schlau sein, dass er mindestens Netzwerksteckdosen überlegt und auch schon Patchkabel übergezogen sind und dass du, dass du halt irgendwann im zentralen Ort da irgendwie deinen Hub oder dein Patchfeld liegen hast oder was auch immer, ja, aber, aber die, die Erfahrung zeigt doch, dass, dass, dass du da immer wieder hinterher rennst. Also, ich hab nicht die Hoffnung, dass, wenn ich hier das nächste Mal irgendwie umziehe, dass, 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 dass schon wieder überliegt oder dass ich da was machen kann. Mein Vermieter war super entspannt, was das Thema entging. Ich hab hier nebenan noch so einen kleinen, so eine kleine Abstellkammer, die unter so einer Treppe hergeht irgendwie, ne, da laufen auch quasi die ganzen Hausanschlüsse rein und, also, so, da ist dann der große Sicherungskasten und da kann ich auch warm Wasser ablesen und so einen Scheiß, ne, und ich wollte halt in diesen Raum halt das Nas legen und noch einen Drucker hinstellen und, weißt du, so ein bisschen Kleinkram, so ein bisschen Technik. Da hab ich ihn gefragt, ob ich da so, ob ich da ein Loch in die Wand bohren kann und dann wusste ich, dass ja da die ganzen Stromkabel herlaufen, auch durch dieses ganze Haus und hab ich gedacht, frag besser vorher mal nach, nicht, dass du da ein Loch durch die Wand bohrst und zack, du triffst halt einfach mal die Hauptleitung, ne, in Anführungszeichen Hauptleitung. Ja, war gut, dass ich gefragt hab, weil genau da, wo ich bohren wollte, war es dann auch, ne, dann kam er mit seinem Elektrikerkumpel vorbei, das war dann auch so eine, ich geb dir ein Bier aus Aktion halt hier, ne, also gerade im dörflichen Bereich scheint das halt immer noch sehr verbreitet zu sein und, äh, ja, seitdem stehen die, diese Geräte halt hier nicht in meinem sichtbaren Bereich, können da ein bisschen Krach machen, das ist mir scheißegal und, äh, ich hab da zwei, drei Kabel durchgezogen, ne, kein Problem. Ja, das hat mein Vermieter auch gesagt, das Einzige, was du nicht machst, ist ein Loch nach draußen. Du kannst meinetwegen faustdicke Löcher in die Wand machen, hauptsache, dann machst du Scheiß wieder zu, alles andere ist mir egal. So, okay, cool. Habe ich gesagt, kein einziges Loch oder was, goll. Mach ich auch nicht. Die Wohnung ist viel zu schön dafür. Aus dem Chat, ne, ähm, ist doch eine Geldsache, jemand, der vermieten will, warum Netzwerksteckdosen, der kriegt ja keinen Euro mehr für die Miete. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich, als ich mich umgeschaut hab, beim, äh, bei meinem, bei meiner Wohnungssuche beim letzten Mal, war das für mich ein riesengroßer Faktor, dass ich in einem Ausbaugebiet von einer, von einer, von einem Glasfaseranbieter liege. Das hat für mich auch entschieden, dass ich hier hingegangen bin, weil ich wollte einen in Anführungszeichen gescheiten Internet-Provider halt haben. Und mich hat es abgefuckt, dass wir keine Netzwerksteckdose gehabt hätten. Ich wäre auch in ein anderes Haus gegangen oder, also in eine Wohnung, ich hab kein Haus, ich hab hier eine kleine Wohnung, ähm, ich, ich, ich wäre dem super angetan und ich würde, das ganze Kabel ziehen in einem, in einem Haus ist total dumm. Das, was, das, diese Arbeit kann man vorher machen. Das kann, das kann jemand machen, der, 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 der das, weißt, alleine das Kabel von oben nach unten zu ziehen, so, ne? Da, da ist dann mein Vermieter mit seinem, mit seinem Sohn hier angerückt. Und die haben, äh, die haben, äh, quasi, äh, Kabelleitungen von dem, vom Keller aus, weil da ja der Hausanschluss liegt, äh, über den Dachboden, über eine andere Wohnung drühe ich, haben irgendwie 50 Meter langes Kabel nochmal durch die ganze Bude gezogen. Das hat irgendwie einen halben Tag gedauert, ne? Das, das einzubauen. Ähm, das hätte man sich in Anführungszeichen komplett sparen können. So, und hier in der Bude genau das Gleiche. Ich hab hier ja auch die ein oder anderen Kabel gezogen. Manche liegen halt hier auch lose rum, weil ich auch bis heute keine Löcher in die Wände gebohrt habe, ähm, aber, also ich, also, ganz ehrlich, ich würde dafür auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, ist so. Ich auch. Aber ich geb dir recht, der Vermieter sieht in erster Linie natürlich nur seine, 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 sein Geld, was er ausgeben muss, seine Investitionen, und er kriegt's wahrscheinlich nicht zurück. Aber in ein paar Jahren sieht das anders aus. Wenn, 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 wenn Leute sich dran gewöhnt haben, dass sie, dass sie in jedem Raum, äh, Netzwerk haben wollen, oder, dann, ja, könnte das mal irgendwann kippen, ne? Ich hab drei, also in Berlin hab ich das ja mit Salis, äh, Mann zusammen gemacht. Das war einfach mega geil in jedem, in jeder, also wirklich, in jedem Raum ne Dose zu haben. Selbst in der Küche. Mhm. Das war einfach geil. Oh, ich brauch ein Netzwerk. Ja. Bup. Rinn. Und alles zentral in dem Lager, also bei mir war es im Lager drin, alles zentral da drinnen. Oh, ist einfach so geil, es ist schön, sowas gibt, alles aufgerollt. Das hab ich letztens auch in der Wohnung auch gesehen, da kamen quasi, äh, da waren auch überall Netzwerksteckdosen, selbst bis in die Garage draußen. Ja. Netzwerksteckdose in der Garage. Wofür? Aber, aber es war halt da, weißt du? Ah, ist nicht mehr. Und dann hast, und dann hast du da ein fettes Patchfeld, das war auch schon, äh, vorn geschlossen und vorbelegt sozusagen und da schließt du halt einfach deinen Router an oder deinen Hub oder was auch immer. Ja. Easy. Überall. Cut, ich meine, es wäre eine Cut-6-Verkabelung, kann auch Cut-7 gewesen sein, scheißegal, für die normalen Netzwerkgeschwindigkeiten reicht das jetzt aus. Ja, wenn wir mal irgendwann auf 10 Gigabit hochgehen in den nächsten Jahren, dann könnte man jetzt wieder anfangen zu sagen, naja, das muss doch mal ein Cut-7 sein, aber aktuell ist das ja Wurst. Netzwerk für die Garage, für die Wallbox. Also es ist halt, ich würde über, also ich würde ganz ehrlich, ich würde sogar auf ein Scheißhaus eine Netzwerkdose hinlegen. Klar, warum nicht? Ja. Also WLAN ist ja, ist ja immer gut und schön, aber Netzwerk ist einfach safer. Also irgendwann kommt man immer auf den Trichter, sich irgendwo aus hinzulegen. Und du würdest dir echt HDMI-Kabel fest verlegen? Ja, auf jeden Fall. Aber vorher schon überlegt, wohin oder einfach erstmal überall? Ja. In den Räumen, wo ich weiß, dass ich es brauche. Weil es halt einfach, das sind halt so Dinge, wenn du ein Fernseher, sagen wir mal einfach, du hast einen Fernseher, okay? Und sagen wir einfach mal, also ich habe das auch schon öfters mal gesehen, sagen wir einfach, du hast irgendeine Scheiß-Receiver-Box von Sky oder so eine Scheiße. Warum muss die da stehen? Stell dir einfach irgendwo hin, zack, HDMI-Kabel in der Wand und abfahren. Hm. Kannst du ja alles zentralisieren auf einen Fleck und alle Geräte können darauf zugreifen. Warum nicht? Also warum sollte man das nicht machen in der heutigen Zeit? Warum, also... Weil es für den Massenmarkt einfacher ist, so eine Setup-Box zu produzieren, die du direkt an den Fernseher anschließt und du willst die ja auch mit deiner Infrarot-Fernbedienung steuern. Kannst du mittlerweile alles machen, by the way. Kostet so einen scheiß Adapter bei AliExpress, kostet sich so viel ungefähr. Geld. Zwei Geld. Kannst du alles einbauen so und wenn... Also ich sag mal, das ist ja nun noch nicht mal smart, ne? Aber ganz ehrlich, überleg mal, Jim, sagen wir mal, du weißt, wo dein Schreibtisch hinkommt. Wenn du selber baust jetzt. Sagen wir mal, du weißt das. Du kannst die ganze Scheiße, kannst du alles in der Wand reinrammeln. Weil, wann geht dir so ein Kabel, sind wir mal ehrlich, wann geht dir so ein Kabel mal kaputt? Wann? Ja, pff. Das ist das Unwahrscheinlichste, was es gibt. Wenn ich das könnte, also wirklich ohne Scheiß, wenn ich das könnte, würde ich hier alle Wände, würde ich aufstanzen und da alles reinzimmern. Alles. Ich würde das alles in die Wand reinzimmern. Aber das Ding ist halt, ich bin beschissener Handwerker und ich kann das nicht vernünftig machen. Das habe ich mir eingestanden. Und ich sag mal so, ich möchte das Eigentum von diesem Vermieter definitiv so wenig wie es geht zerstören, weil das ein sehr guter und sehr netter Mensch ist. Und der hat das nicht verdient. Aber wenn ich ihn fragen würde, würde er mir das wahrscheinlich auch gestatten. Und dann würde ich die ganze Scheiße einfach in die Wand reinzimmern. Alles. Easy. Und das ist auch nicht viel mehr Aufwand. Also wenn du mal jemanden fragst, der das kann. Okay, wenn du jemanden fragst, der das kann. Der macht dir die Scheiße wahrscheinlich in einem halben Tag und hat dir alles verputzt und alles sieht wieder aus wie vorher und du hast alles in der Wand drin. Was die ganzen Dosen da hängen und alles ist so ordentlich. Weil ganz ehrlich, du bist halt irgendwann an dem Punkt, entweder bist du Elektriker und machst das alles genau auf deine Länge und du kattest auch USB-Kabel und es gibt die Menschen da draußen und ich liebe euch dafür, dass ihr das tut, weil ihr seid gute Menschen. Also nicht, dass alle anderen schlecht sind, aber alles auf eine Länge haben ist einfach so geil und alles aufgeräumt zu haben, was mit Technik zu tun hat, ist in der heutigen Zeit super, super wichtig. Bin ich der Meinung. Das ist genauso wie jeder Haushalt mittlerweile einen Netzwerkschrank haben sollte. Jeder. Weil jeder hat so viele beschissene Geräte, die er einfach in irgendeinen Schublade reinschmeißt und das ist halt Kacke. Und genau deswegen verstehe ich immer noch nicht, warum wir in 2021, wenn jemand auszieht, das renoviert wird und das ordentlich gemacht wird. Weil bei mir zum Beispiel in Berlin war es einfach ein Traum. Ich habe neben meinem Router steht ein 16-Port-Hub und ich habe noch so gedacht, als ich den dahingestellt habe, so 16 Ports und heute denke ich so, warum eigentlich keinen 24er? Ich habe 24 gekauft. Ja, warum eigentlich keinen 24er? Es kommt echt schnell eins zum anderen dazu, wirklich. Naja. Ich freue mich schon. Also ganz ehrlich, wenn ich das hier darf, ich warte noch, also ich pflege diese Beziehung noch hier, dann werde ich das hier wahrscheinlich auch machen. Lässt die Beziehung erstmal wachsen und gedeihen? Nee, also wirklich Alex, ich habe in Berlin in meiner Wohnung echt einiges gemacht. Also einiges, was normalerweise den Vermieter verärgern würde, aber der war einfach auch ein Assi. Also der war scheiße zu mir. Ich war immer super nett und freundlich und habe ihn gefragt und dies, das, ananas und ich habe immer gesagt, verpiss dich, hau ab. Also ich meine, okay, ist in Ordnung, dann bist du halt so, aber dann wundere dich nicht. Ich habe jetzt alles zurückgebaut, okay, schön, alles tippitoppi. Aber die sind so lieb zu mir, das kann ich denen einfach nicht antun. Das geht nicht. Also ich habe hier wirklich noch nicht ein einziges Loch an die Wand gemacht, außer um Dübel reinzumachen und die sind noch kleiner als das hier. Okay. Ich habe in meiner letzten Wohnung, hat man das ja im Stream gesehen, wir haben ja dann die Sachen auch zurückgebaut. Teilweise sind die auch im Stream eingebaut worden. Da habe ich sehr viel mit schwarzem Acryl gearbeitet und habe auf so Laminat irgendwie noch die Teffel schließen geklebt und so ein Scheiß. Das konnte man alles rückstandslos entfernen, mit Ausnahme von der Tür. Da habe ich dann auch fetten Schaumstoff dran geklebt. Das hatte auch noch so eine schalldämmende Wirkung innen und außen. Und da habe ich das Glück gehabt, dass der Mieter, der nach mir kam, der hat sich das mit mir angeguckt und hat gesagt, nee, nee, es ist kein Problem. Die Türen will er eh in einem anderen Farbton streichen. Der schleift die ab und wird die eh streichen. Mein Vermieter kommt mit mir in das Zimmer rein und der wusste, dass ich da auch eine Menge gemacht habe. Der hat mir das auch alles erlaubt und habe ich ja vorher gefragt. Und der steht da und hat halt diese schwarzen Kackwurststreifen an der Wand gesehen, weil ich da ja alles mit dem Pyramidenschaumstoff festgeklebt habe. Und er sagt so, Alex, ich will dir nichts Böses, aber das machst du noch weg, oder? Und ich so, ja, du, ich habe schon mit dem Peter, hieß der, ich habe schon mit dem Peter gesprochen, der will hier sowieso alles neu machen, dies, das und jenes. Und dann haben wir im Stream gesessen und wir haben wirklich, ich habe wirklich mit so einem scheiß Plastikrakel unten am Fußboden diesen schwarzen Acryl überall mitgemacht. Heute bin ich schlauer, heute würde ich anderes Material nehmen, ja, heute würde ich Leute fragen, die sich damit besser auskennen, keine Frage. Aber das war für mich damals so die einfachste und beste Möglichkeit, mal eben kurz die Teppichfließen am Boden festzukleben, weil ich ja auch dachte, da ziehst du halt die nächsten 20 Jahre auch nicht mehr aus. Mein Büro in Berlin sah aus wie ein fucking Schweizer Käse. Also ich hatte, ich hatte in Berlin, kennst du Hohlraumdübel? Ja, klar. Die du mit der Zange festziehst? Davon hatte ich in einer Wand 45 Stück drin. Kennst du Schwerlastdübel? Ja. Die du, also die komplett aus Metall sind, die man, also so meistens so, weiß nicht, zwölfer Bohrung, dann prügelst du die erstmal rein und dann ziehst du die mit der Mutter erstmal so richtig an, dass die so richtig auf Spannung sind, wo du so teilweise ein ganzes Auto dranhängen kannst an einen. Mhm. Die sind auch toll. Super. Ich habe, ohne Scheiß, ich habe in Berlin, habe ich über zweieinhalb Kilo Spachtelmasse verwendet, um Löcher zuzumachen. Oh, das ist hart. Auch nie wieder. Nein, nie wieder. Also ich habe wirklich gelernt, es ist geil, okay, aber wenn du das rückbauen musst, absolut der Terror. Also ich kann dir sagen, in der Wohnung hier, ich habe zwar schon relativ viel gemacht, aber ich habe sehr wenig direkt an die Wand gemacht. Klar, ich habe ein paar Monitore, also ein paar Fernseher aufgehangen und habe da ein paar Löcher gebohrt oder sowas. Aber wenn ich hier rausgehen müsste, das wäre ein paar Stunden Nacharbeitungszeit, wenn alle Möbel raus sind, dann hast du noch mal so ein paar Löcher, die du zuschmierst und ein paar Stunden später machst du dann noch mal ein bisschen weiße Farbe drüber und dann wäre es gut. Ja. So, ich habe hier auch nichts super krasses umgebaut, mit Ausnahme, wie gesagt, dieser kleinen Löcher in der Wand, die mein Vermieter sogar selber gemacht hat, um hier ein paar Kabel durchzuziehen. Ja. Ansonsten fühle ich das total. Ich war am Anfang auch nicht ganz sicher, bleibst du hier länger wohnen oder nicht, willst du viel umbauen oder nicht und ja. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt sind wir hier. Tackern, Freunde der Sonne, kann ich euch immer nur ans Herz lesen. Tackern ist das geilste Scheiß. Zweiseitiges Klebeband ist der Terror für jede Wand. Tackern. Ich sage es euch. Tackern ist einfach nur geil, Alter. Auch in Beton. Zweiseitiges Klebeband ist einfach ekelhafte Kackscheiße, die niemals hätte erfunden werden dürfen. Am besten mit so einem Gewebeband dazwischen und dann löst sich nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren löst sich der Kleber so ekelhaft auf und du hast dann so eine harte, ekelhafte Scheiße, die du mit nichts wirklich zerstörungsfrei abkriegst. Als Werbetechniker hast du mit dem Zeug immer wieder zu tun oder hast du es jedes Mal? Ich weiß nicht, wie die Scheißdinger heißen da draußen, die Anwerker. Das habe ich, äh, das, ähm, äh, das habe ich, das hat ein sehr guter Freund von mir gehabt. Das ist so ein Gerät, da steckst du vorne den Tacker rein und hinten kannst du mit dem Hammer draufhauen. Geht auch in, geht auch in Beton rein. Ey, ihr werdet lachen, was ihr in Beton tackern könnt. Und ich schwöre, auf mein linkes Ei, tackern ist die geilste Kacke, die es gibt auf dem, auf dem, auf dem... Was, was verstehst du, jetzt erklär mal bitte, was verstehst du unter Tackern? Na, du, du tackerst das an die Wand. Mit einem Bolzenschoßgerät oder was? Nein, mit einem Tacker. Hast du einen Link für mich? Nimm einfach einen handelsüblichen Tacker, den du hinten, so, also nicht den normalen Tacker, sondern den richtigen, so einen Tacker. Und, und was, was willst du an die Wand tackern? Alles kannst du an die Scheißwand tackern. Alles, was so mit, also Kabelkanäle zum Beispiel. Alle meine Kabelkanäle sind an die Wand getackert. Ich hab, ich schraub die Scheiße nicht mehr an. Oder mach da irgendwelche Löcher oder zweiseitiges Klimawand. Tackerin, Abfahrt, fertig ist. Also, aus der Schauwerbegestaltung, habe ich nicht dringend gearbeitet, kenne ich natürlich auch größere Tacker. Ne, also die kleinen kenne ich und die größeren halt auch. Und da gibt es ja dann richtig so große Maschinen und auch mit so Magazinen drin, ne, dass du da halt irgendwie, keine Ahnung, 200 Schuss drin hast und so, also Schuss, so. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass du damit in die Wand reinkommst, auch mit den großen nicht. Du kommst ja mit rein. Ich tacker, also wirklich, ich tacker alles fest. Hier oben ist an der Decke ist alles festgetackert, da unten ist alles festgetackert. In jedem Raum ist hier alles festgetackert. Ich habe aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, ob das nicht geht. Es wird getackert, fertig. Weil, also alles, was wirklich, was getackert werden kann, wird getackert. Ich liebe dieses Wort, tackern, by the way. Ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Möchtest du, möchtest du mir, okay, Dennis, ich hätte gerne von dir noch zwei Links. Muss nicht jetzt sein, aber wenn ich die von dir nicht kriege, bis nächste Woche, dann, dann, ähm, schreibe ich dich nochmal an. Nummer eins, diesen Tacker, den du meinst. Ich will mir das nochmal angucken, ob wir über dieselben Sachen sprechen. Ich bin mir sicher, dass wir über dieselben Sachen sprechen, nur ich habe das damit noch nicht in Verbindung gebracht. Jetzt nimmt dir den Kopfhörer ab und lässt mich hier alleine. Ach, come on. Brauchst halt viel Druck. Da wohnen überall Platz und Putz. Ja, ja, klar, klar. Klar. Das ist halt auch wieder abhängig davon, wo, in was für eine Wand du reingehst, ne? Wenn du so eine, wenn du so, ja, natürlich kenne ich so die Dinger, da habe ich auch hier rumliegen. Ja, hier, damit kannst du alles an die Wand tackern. Mega geil. Ach, im Leben. Ja, aber das ist doch abhängig von der Wand. Nein, Mann, das ist hier alles Beton. Das ist alles Beton. Ich schwöre auf mein linkes Ei, Alter, du kannst mit den Dingern da reintackern und das hält. Ich schwöre dir das. Ja, ich glaube dir das. Ich suche meinen Tacker und wir werden das live ausprobieren mit einem Kabelkanal. Den werden wir hier demonstrativ an die Wand tackern. Ja, probier das aus. Okay, okay. So, und Nummer zwei, weinnerst du dich, als wir damals mal das erste Mal die User-Setups angeschaut haben? Wir haben über diese Aluprofile gesprochen, über die man dann quasi an seinen Computer anschrauben kann, an seinen Tisch anschrauben könnte, damit man da Licht, Kamera, Monitore dranhängen kann. Ja. Wir haben da jetzt schon mehrfach auch außerhalb des Streams darüber gesprochen. Hast du mal einen Link zu so einem typischen Profilshop? Ich weiß, dass du da drinnen bist, weil du ja mit deinem Wrestling Rig damals auch viel damit gebaut hast. Ja. Also sowas interessiert mich sehr für die Zukunft. Jetzt nicht für jetzt gerade, aber für die Zukunft auf jeden Fall. Und ich hätte ganz gerne jetzt schon mal so einen Link dafür. Und ich glaube, dann kommen wir langsam zum Ende. Hier, da arbeitet sogar ein Zuschauer von mir, der hat mir mal Aluprofile gemacht. So, auch für euch, in meinem Chat, die Webseite heißt aluprofile24.de. Ja. Sehr cool. Witzig, wenn mir das halt keiner glauben möchte, dass das in der Wand hält. Ja, ganz ehrlich, es gibt solche und solche Wände, ne? Also wenn wir über verputzt und mit Tapete drauf und so weiter sprechen, natürlich ist da noch ein bisschen Material, wo du mit dem Tacker reingehen kannst. Das glaube ich dir. Trust dich. Wirklich, ne? Aber so im ersten Moment, wenn ich mir denke, so ein Rauputz oder einfach nur so eine Betonwand irgendwie da so reinzusammeln. Es gibt ja auch verschiedene Klammern, die du benutzen kannst, ne? Das ist ja auch, wie Leute immer sagen, du brauchst im Beton nicht nageln. Wir Bilder anbringen und so eine Scheiße. Geht auch. Geht schon. Klar geht das. Ich habe, also, ich weiß nicht, ob Stuhlsen da ist. Stuhlsen kann das bezeugen. Hier drinnen ist wirklich ohne Scheiß, schwöre ich euch, hier ist nix angeklebt, hier ist alles angetackert. Und das ist alles Beton. Das ist alles Beton. Wir werden demnächst, wenn ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo mein Tacker ist, den habe ich schon seit Jahren nicht mehr gebraucht. Und das, also Werkzeug, das ich nicht brauche, das wird dann immer so eine Kategorie weiter unten einsortiert. So wie ein Impfpass beispielsweise, den brauchst du ja auch noch alle paar Jahre mal. Und dann suchst du den. Ich habe eine Ahnung, wo der ist. Ich weiß, wo mein Lötkolben ist. Ich weiß, wo meine Stichsäge ist. Ich weiß, wo alles Werkzeug ist, auch wenn ich keine Werkstatt habe. Aber meinen Tacker weiß ich gerade nicht. Und da gibt es halt, das weiß ich noch, und das wäre besser. Also das ist hier, das geht. Ist aber nicht so geil. Und dafür gibt es ein Gerät, das benutzen Menschen auf dem Bau. Und das ist richtig, also das ist, das ist wie ein Hufeisen, ein bisschen größer. Und du kannst es an die Wand setzen und kannst es hinten mit dem Hammer draufhauen. Und das Ding ist noch geiler. Ich habe leider, ich habe, ich könnte einfach fragen, wie das Ding heißt. Aber ich weiß es nicht. Und so ein Ding will ich noch haben. Weil das geht, das geht noch besser in Beton rein. Und das geht einfach. Ich weiß es. Sehr geehrte Zwei-Chats, also sehr geehrte Chat-Innen. Chat-Innen. Kennt ihr ein Hufeisen-förmiges Werkzeug, mit dem man ein Tacker-ähnliches, nageliges Ding in eine Wand schlagen kann mittels Hammer? Krampen ist ja im Prinzip das, was du auch bei so einer Tacker-Pistole benutzen kannst. Nein, Mann, das ist nicht für Nägel. Ich weiß das hundertprozentig. Ich habe es in der Hand gehabt. Und dieses Gerät ist wirklich nur für Tacker-Nadeln. Also Tacker-aussehende Nadeln. Ich meine nicht, nee, Nagel. Das weiß ich. Ich bin nicht bescheuert. Und das gibt es, ich habe das in der Hand gehabt. Das war so ein kleiner, schwarzer Stift. Und da hast du vorne halt die Krampe oder wie auch immer du das Ding nennst. Nenst, hast du das raufgemacht, dann hast du das reingekloppt und dann hat er das in der Wand gemacht. Hammertacker? Weiß das Ding Hammer? Das klingt nach einer Bolzenpistole als Handvariante. Schlagtacker. Nein, ich werde gerade verarscht, Mann. Mit Hufeisenförmig meinst du aber jetzt nur die Krampe. Ja, 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 die Krampe nur, ja. Ja, genau. Also das Werkzeug ist nicht hufeisenförmig, sondern nur das Ding, was man dann vorne mit einem Ball hat. Genau, genau, genau. Das war es nicht. Mann, ich ärgere mich da seit Jahren, weil das hat mir... Ich könnte auch einfach Stefan fragen, also Salis Mann, der würde mir das sagen, weil der das ja mir gezeigt hat, dieses Gerät und hat gesagt... Frag doch, frag doch einfach mal Stefan, komm. Nein! Ich suche das seit Jahren, seitdem der da war, aber ich bin mir zu fein, dafür zu fragen. Come on, jetzt hast du doch schon öffentlich darüber geredet. Jetzt ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt zu sagen, ey, wir haben uns gefragt, wie dieses Werkzeug heißt. Nein, ich bin mir dafür zu fein. Ich will das alleine rausfinden. Ich hab, ey, ohne Scheiße, ich suche das seit Jahren, das Ding. Ich will unbedingt so eins kaufen, weil ich das haben will. Ich bin ein großer Tucker-Fan, wie man wäre. Ich verstehe das, ja. Ich verstehe das. Ich möchte gerne als Arbeitsaufgabe für nächste Woche wissen, wie dieses Werkzeug heißt und wenn du Stefan fragen musst. Du bist ja... Okay, warte. Ich mach das jetzt über WhatsApp. Ich gebe mich geschlagen. Ich hab vor... Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren... Wann hab ich die Klimaanlage eingebaut? Vor zwei Jahren? Vor drei Jahren? Vor vier Jahren? Da bin ich umgezogen. Vor vier Jahren. Hast du mir das jetzt geschickt, das Ding? Ich hab nur einen Link aus meinem Chat gerade genommen, aber das sah mir nicht so aus. Also, das ist ein Hammer-Tacker, kenn ich auch. Nee, warte. Aber das ist noch... Das ist viel zu soft. Warte. Ich lösche mal diese Nachricht wieder, ne? Ja, mach mal. Hallo Stefan, hier ist dein Lieblingsfreund, der nicht handwerken kann und oftmals dein Rad braucht. Ich habe eine Frage. Und wenn du in meinen Schatten zu springen, um dich zu fragen, um dich zu fragen, wie dieses silberne Werkzeug hieß, wo diese Tacker-Dinger drinne waren, würdest du mir das bitte sagen? Ich würde mich sehr freuen. Danke. Tschüss. Kuss. Grüß deine Frau. Hab dich lieb. Cool. 49 Sekunden, man muss ja auch mal ein bisschen reden, ne? Zehn Minuten sprachen, dann hatte ich gar keinen Bock. Doch, Menschen freuen sich von mir zu hören. Okay, warum schickt die mir das jetzt alle? Ja, das Ding, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Doch, das ist es. Doch, ich glaube, das ist es. Nee, das ist für den Nagel. Nein, das ist für den Nagel. Ja, so sah das auch aus, nur dass vorne halt die Dinger reinpassten. Und ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist für den Nagel, das weiß ich. Ist übrigens mega gut, by the way, die Teile, weil man sich mit Nägeln immer auf die scheiß Hände wichst. Profi-Tacker-Tacker-Setzgerät, Heizrohrhalter-Tacker-Nadel-Flair-Fußbodenheizung. Soll ich dir das mal ihm schicken? Ja, gib mal her. Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Nee, das ist es auch nicht. Bruder, wenn ich euch das zeige und ihr euch so ein Ding kauft, ihr werdet mich küssen und lieben. Und dann werdet ihr alle Twitch-Primes, die ihr jemals habt, bei Stefan von Sali reinhauen, weil der euer Leben verändert hat. Wirklich. Wirklich. Glaubt mir. Ich würde mir Sprachnachrichten von Dizzy immer anhören. Ja, die sind ganz schön. Also ich mache auch gute Sprachnachrichten. Wirklich. Man merkt halt auch, dass ich Unterhalter bin. Ja, weil Sprachnachrichten müssen halt auch unterhalten sein, auch wenn sie ein bisschen länger sind. Und nicht mehr nur... Das stimmt. Ich freue mich, dass ich dich in diese Richtung sogar soweit motivieren konnte. Danke, Alex. Und wir werden spätestens nächste Woche dem hufeisigen, förmigen Tacker-Nadel-Setzeisen auf die Spur kommen und auch verstehen, um welches Gerät es dann geht, okay? Wie schon wieder ausgelacht wird dafür, weißt du? Nein, ich kenne das doch selber. Du hast irgendwo was aufgeschnappt, du hast irgendwas gesehen in deinem Fall, du hast das Werkzeug in der Hand gehabt, du weißt, was du damit machen kannst, aber du weißt, es verreckt nochmal nicht, wie das Ding heißt. Und du würdest es gerne haben. Ja, klar kenne ich das. Ja. Und ich bin auch ein großer Freund von Sprachnachrichten. Ja, ne? Ich auch. Ich finde sie auch schön. Also wenn man natürlich so eine traurige Abgefuckte kriegt, ist das nicht so schön. Aber so eine tolle, motivierende, finde ich toll. Also gerade auch immer mit so einem Küsschen dahinter noch und hab dich lieb, dann ist man gleich so, ach Mensch, das war schön. Toll, dass er sich gemeldet hat. Die Frage beantworte ich trotzdem nicht, aber schön, dass wir uns mal... Also das hier ist so ein Tacker-Montage-Gerät, das ist jetzt last but not least. Guckt ihr mal bitte da das dritte Bild an, bitte, bei diesem Shop. Ja, nee. Nein. Nee, das ist auch nicht. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt, bei der Suche diesem Geräts belassen wir es jetzt dabei, okay? Ja, wir machen das nächste... Nächste Woche gibt es eine Auflösung in der nächsten Folge. Mit was wird getackert? Und Stefan wird wahrscheinlich sagen so, ah, das ist doch nur ein Piep. So wird es wahrscheinlich sein. Und dann wirst du wahrscheinlich sagen so, ach ja, stimmt. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Also bei mir ist es immer so, wenn ich solche Sachen so ewig lange suche und vergessen habe oder ich weiß noch genau, in welchem Video ich irgendein Ding gesehen habe, dann suche ich irgendwie in meinem Browser-Verlauf zehn Stunden nach dem Link von diesem Video, weil ich nicht mehr weiß, von wem es war oder wie es hieß oder wo das war, weil das schon vor vier Wochen war so, ne? Wie oft ich schon Stunden meines Lebens mit sowas verschwendet habe. Ja, so geht es mir bei Pornos immer. Ja, das ist immer so die Frage, ne? Sind sie jetzt zusammen oder nicht? Mann, ich musste mich so zurückhalten, um den zu droppen, aber der war gut, der hat mich abgeholt. Okay, Chat, okay, Chat, hallo, Chat, ich bin's, Alex, ich übernehme den Chat. Und nein, es ist kein Setzeisen. Ein Setzeisen meint Nils auch nicht. Ach Gott. Ja, aber weiß ich. Vor allen Dingen, weil diese blöde Verlaufsfunktion bei YouTube nicht ordentlich funktioniert. Die ist nicht synchronisiert. Ich gucke diese ganzen Videos von dem Dude und die sind nicht bei mir in meinem Verlauf drin. Wo guckst du die Videos? Nicht auf deinem Computer, bei dem du hier sitzt, ne? Ne, auf meinem iPhone oder iPad. Ja, bist du da mit dem richtigen Account angemeldet? Ich habe überall denselben Account. Denkst du, ich bin bescheuert? Nein, ich denke nicht, dass du bescheuert bist, aber ich habe ja auch verschiedene Profile, weißt du? Ne, ich nicht. Und ich hatte bei mir das Problem, dass ich verschiedene Profile im Browser benutzt habe und schwupp habe ich auf einmal YouTube-Videos im Browser gar nicht über meinen Account geguckt. Weil das kann schnell mal passieren. Ne, ich bin synchronisiert, ja. Aber wie gesagt, ich kenne das auch mit dem, du guckst was und dann suchst du was und dann findest du es nicht. Jetzt, ich würde sagen, wir beenden dieses Format heute nach zweieinhalb Stunden, 30 Minuten Überzug und wir haben nicht so viel über Gadgets geredet, wie wir dachten, aber doch mehr als gut war und wir sind ein bisschen abgedriftet in Werkzeug. Das fand ich auch sehr angenehm. Das ist ja auch Hardware. Vor allen Dingen, weißt du, was schön ist? Ich möchte noch mal an unsere Konversation erinnern, wo es darum ging, ja, heute fragen wir Chat ein bisschen mehr. Ja, ja. Wir haben dreimal Chat gefragt, aber ich glaube, also bis auf so Kleinigkeiten wie Handtuch und so sind wir nicht wirklich darauf eingegangen. Ein paar Sachen habe ich versucht vorzulesen. Schon. Bin ich dir da reingekrätscht? Nee, nee, nein. Ach, das hat jetzt nicht an dir gelegt. Das war jetzt wieder der Gesprächsfluss so mit dabei. Alles gut, alles gut. Also es tut mir leid, Alex, wenn ich dich da unterbrochen habe. Das ist ja bei uns auch beiden so und das finde ich sehr schön. Wir sind sehr euphorisch. Wenn wir einmal so richtig drin sind, dann kannst du auch nicht mehr bremsen. Und der andere sitzt dann immer da. Geil, Alter, der sieht das ganz... Ja, 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 ja. Ja, mach weiter. Ja, ich weiß, was gleich kommt. Ja, 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 ja. Woo! Und dann, also bei mir ist es zumindest auch so. So ein bisschen. Ein bisschen ist das bei mir auch so, ja. Es ist, also... Das fühle ich schon. Ja. Das ist hier so ein harmonisches Gefüge, wo es einfach nur um die Liebe zur Hardware geht. Und wenn wir auch nur über Werkzeug reden, das ist auch schön, oder? Werkzeug ist ja auch geil. Und ich habe das vorhin so ein bisschen so das Gefühl gehabt, der Chat ging manchmal bei dir und bei mir so in die Richtung so, oh, sie sind alt, sie mögen Werkzeug. Ich habe Werkzeug schon immer cool gefunden. Ja. Ich habe in einem handwerklichen Beruf gelernt. Werbetechnik ist ein Handwerk. Und da hast du, am Anfang war das halt nur, ja, das Ding, was du gebraucht hast, um X zu machen. Aber irgendwann war das halt das Ding, das du gebraucht hast und du kannst da mit X machen. So, ne? Und ja, da musst du halt mit... Also ich bin, auch wenn das manchmal so ein bisschen lieblos aussieht mit meinem Werkzeug und so weiter, aber ich gehe in der Regel sehr, sehr sorgsam mit meinem Werkzeug um. Und das muss auch sauber gehalten werden, das muss ordentlich gehalten werden, das muss ordentlich weggeräumt werden, ne? Also hier, sowas hier, hier darf niemals was fehlen, ähm, sonst kriege ich die Krise. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen Bildowerkzeug, das ist mir egal, ne? Wenn das vergammelt, dann schmeiße ich es weg. So, Nachhaltigkeit hoch 10, weiß ich, aber, äh, so, das kaufe ich mir auch nicht nochmal. Ne? Also so ein, wenn mein Akkuschrauber nochmal den Geist aufgibt, dann... Richtig. Weiß ich nicht. Spende ich den dir, dann kannst du dir wieder raus den reparieren und irgendeinen Roller bauen oder so. Ey, du lachst, Upcycling ist geil, Alter. Ja, klar, keine Frage. Wenn man das kann, wenn man die Möglichkeiten hat, äh, absolut dafür. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ich habe mich schon seit, obwohl das eine Lüge, aber ich, so Dübel-technisch, ne? Ich hebe das halt, wenn so eine Wandhalterung kommt, hebe ich halt die Dübel auf. Ich habe letztens, habe ich da hinten welche in die Wand reingedonnert, die gehören da gar nicht zu. Und die Schrauben waren auch von, da hängen zwei verschiedene Schrauben drin. Und ich habe gefragt, hey, doch. Also, wenn sowas wie Dübel oder auch so andere Schrauben bei so einer Wandhalterung dabei sind, das schmeiße ich auch nicht weg. Also, das habe ich, das sortiere ich auch weg. Also, selbst so, wenn, wenn so Wandhalterung oder so Tischhalterung kommt, die Gewindestange, also, ich habe schon Dinge, die sind abgebrochen, habe ich alle aufgehoben. Habe ich alles schon mal wieder irgendwo anders verbaut. Ach, der Gewinde geht, äh, gut rein. Du musst aber zugeben, der Grad zwischen, das brauche ich noch zum Upcyceln und, oh, das kann ich gebrauchen. Ich mutiere irgendwann zu einem Messi. Der ist schon... Nee, der ist nicht schmal. Ah, nee. Ich würde sagen, der ist schon recht schmal. Doch, ja, ja. Kann ich dir auch sagen, warum? Weil M8er Gewinde, M6 und M4 wird sehr oft in Computertechnik verwendet. Oder in dieser Technik, also, Aluprofile und so einen Scheiß. Absolut gar nicht. Also, Leute sagen halt, ich habe so viele Sachen weggeschmissen und da rege ich mich richtig drüber auf, weil meine Freunde immer gesagt haben, ah, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich habe so eine Klemme, wie ich da habe, hatte ich von einem Monitor, weil ich irgendwann mal eine Monitorhaltung gekauft habe und ich brauchte nur das Stahlrohr mit dem Mount unten, aber nicht die Klemme. Und die Klemme habe ich weggeschmissen, weil irgendwer gesagt hat, ach, Dizzy, komm, wie lange liegt die da schon um? Ich so, ja, keine Ahnung, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr? Ja, kannst du wegschmeißen, brauchst du nicht mehr. Ha! Hätte ich gebraucht, hier. Und ich liebe es, ohne Scheiß, ich liebe es, bei mir ist alles einigermaßen aufgeräumt, also, geht noch besser, aber ich kann es einfach rausholen. Und das sind so Dinge, also gerade was so Stahl angeht, oder, also, Stahlrohr, also, was soll damit passieren? Das wird ja nicht schlecht. Und warum sollte man das wegschmeißen? Wenn man das sowieso weiß, dass man das mal braucht. Schrauben? Verstehe ich, ja. Genauso. Lieber haben als nicht brauchen. Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Ist schon klar. Ist so. So, Nils, das war eine sehr lange Folge und wir haben noch gar nicht über das Thema nächste Woche gesprochen. Ja, was machen wir denn nächste Woche? Das ist eine gute Frage. Hast du Vorschläge? Beim letzten Mal sind wir irgendwie ganz schwunghaft auf Gadgets sind wir dabei gelandet. Wir haben schon über die verschiedenen Streamtechniken geredet. Wir haben ein bisschen über das IRL-Streaming und Zubehör und so ganzen Kram gesprochen. Wir haben uns über CPUs und Grafikkarten schon ausgelassen und weißt du egal was, wir haben schon einiges hinter uns sozusagen. Ich würde ja gerne mal wieder so ein User-Setup anschauen. Also, ich würde mir auch gerne mal wieder so eine Stunde lang Setups anschauen von Zuschauern auf der anderen Seite. Weißt du, was wir machen nächste Woche? Wir machen komplett nächste Woche nur User-Setups. Dann müssen wir jetzt aber über Twitter ein paar Mal die Info pushen, dass man auch ein paar mehr Setups posten soll. Lass uns nächste Woche einfach nur User-Setups machen. Und dann aber auch wirklich so eine Folge, würde ich sagen, wo es nur um den User geht. Also, wir kümmern uns nächste Woche einfach nur um euch. Nach, in der neunten Folge, das erste Mal kümmern wir uns nur um euch. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie und wir nehmen sie und gucken uns nebenbei eure Setups an. Hey, Dizzy, wo ich dich gerade hier noch dran habe, kannst du deinem Grafiker eben sagen, also hier Dingesbanner für nächste Folge, User-Setups und es geht nur um euch? Soll ich das jetzt gleich machen, oder was? Achso, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Ja, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Du hast doch gar nicht meine Nummer, du Arsch. Warte kurz, ich mache das, ich mache das jetzt übrigens immer live im Stream, damit wir das haben. Moinsen, kannst du mir, warte mal, kannst du mir bitte für nächste Woche Artcast die Overlays machen? Wir machen, wir schauen uns nur User-Setups an. Ich finde das so geil, dass wir solche Sachen halt auch einfach, dass wir einfach so was teilen, diese Einfachheit. Wir schauen uns User-Setups an, Punkt. Einsendung bitte unter Hashtag Artcast Setup. Korrekt. Kannst du dafür bitte eine Grafik machen? Und kannst du... So, Dizzy, ich muss jetzt wirklich abwürgen, aber ganz schnell. Die Folge von heute... Ich höre dich nicht mehr. Oh. Oh. Ich höre ihn wirklich nicht mehr. Oh! Ja, ich habe was geschrieben. Ja, tschüss. Ich habe dir das die ganze Zeit vorgelesen, aber ich war gemutet. Ja, ich habe es rausgeschickt, ist alles erledigt, Christian wahrscheinlich morgen. Hervorragend. Hey Nils, das war eine sehr aufregende Folge. Wir haben über eine halbe Stunde überzogen. Ich bedanke mich bei dir und ich freue mich nächste Woche schon auf die User-Setups. Wirklich. Also sowas gucke ich mir super gerne an und das wird ein Fest. Dankeschön. Deine letzten Worte für heute. Tschüss, Alex. Hat mich sehr gefreut. Ich sage es immer wieder, es ist schön, dass wir das hier machen und ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Folgen hin und ich freue mich auch auf nächste Woche mit der sehr interaktiven Folge mit den Zuschauern und auch den Setups. Tschüss, Alex. Oh yeah! Auch ein Deals. Mach's gut. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.